Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Nachbesprechung von One Piece Kapitel 1063. Was für ein Hammer Kapitel, oder? Was da alles passiert ist. Und das im Grunde eigentlich nur in der zweiten Hälfte dieses Kapitels. Die erste Hälfte des Kapitels war ja eher so ein bisschen, ich würde schon sagen, ruhiger im Vergleich zur zweiten Hälfte. Abgesehen vielleicht von diesem Jolie-Bonnie-Ding und Kuma. Also mir gefällt das sehr gut. Also auch das neue Outfit von Jolie-Bonnie kann sich sehen lassen. Allgemein, ich brauche eine Jolie-Bonnie-Figur. Wie ihr im Hintergrund seht, habe ich da leider noch keine. Aber die ist auch nur noch schwer zu bekommen. Aber hey, vielleicht am Ende des Arcs bekommen wir von Banpresto vielleicht eine neue. Wir werden einfach mal abwarten. Ihr habt Fragen gestellt zum aktuellen Kapitel. Und darauf möchte ich jetzt natürlich eingehen. Und hey, Seto Kaiba haut hier erstmal die Mitgliedschaft des Nakama-Rangs raus. Vielen, vielen Dank dafür. Umai, mein Freund. Selbst in Film Red spielt Smoothie keine Rolle. Was war der Plan von Oda mit ihr? Ich weiß es wirklich nicht, was er mit Smoothie vorhatte. Sie ist halt zumindestens, was die Screentime und die Nützlichkeit betrifft, tatsächlich der schlechteste Kaiser-Kommandant. Vielleicht könnte sie die einige andere Kaiser-Kommandanten locker besiegen. Aber sie kommt ja nie dazu. Von daher, ja, nicht angetreten, verloren. Kommen wir zur ersten Frage, und zwar die von Adelhauer. Und zwar, glaubst du, falls Kusan wirklich ein Spion für die Marine ist, dass Blackbeard das weiß und ihn auf irgendeine Weise benutzt? Weil blöd ist er ja nicht. Ich gehe mal davon aus, hier ist Blackbeard gemeint. Ja, also unter der Voraussetzung haben wir erst einmal, ist Kusan ein Spion der Marine? Durchaus möglich. Ich denke, das ist so eine der Theorien, die so Grunde jeder hat. Weil es klingt ja auch irgendwie plausibel, dass Kusan auf einmal mit Blackbeard zusammenarbeitet. Das hat ein bisschen was von My Hero Academia und das, was Hawks da getan hat. Aber in welcher Weise könnte er Kusan ausnutzen? Denn Kusan ist ja nicht mehr bei der Marine. Der ist ja ausgetreten offiziell. Und vielleicht ist er noch bei der Marine. Aber er geht ja nicht ins Marine-Hauptquartier und kann dann neue Informationen bekommen. Oder bekommt anderweitig neue Informationen. Also auch nur das, was Blackbeard halt eben auch weiß. Und wenn Blackbeard ihn nach Informationen aus dem inneren Kreis der Marine befragt, ja, dann hat ja Kusan im Grunde auch gar kein Problem, die zu beantworten. Weil er ist ja nicht mehr bei der Marine. Also hat er dahingehend ja eigentlich auch keine großartige Loyalität. Die hat er vielleicht noch zu dem einen oder anderen Mariensoldaten, den er als Freund bezeichnet. Äh, wie beispielsweise Smoker, den er vor Doflamingo gerettet hat. Aber, äh, das ist dann über eine ganz andere Wellenlänge. Ja, nicht denn, weil er halt eben verbündeter Marinesoldat war, sondern eben halt sein Freund. Also, ich weiß nicht, inwieweit Blackbeard Kusan da ausnutzen kann. Äh, wir wissen ja auch absolut noch gar nicht, warum er sich da verbündet hat. Beziehungsweise, was er sich davon verspricht. Und das wird uns wahrscheinlich oder hoffentlich bald noch, äh, aufgeklärt werden. Ja, kann ja auch sein, dass, wenn es jetzt zum großen Clash kommt zwischen der Strohbande und der Blackbeard-Piratenbande, dass Kusan da so ein bisschen zwischen den Fronten steht und sich dann entscheidet, mache ich doch mal vielleicht bei Ruffy und seinen Jungs und Mädels mit, äh, statt bei Blackbeard weiter. Oder, ähm, Blackbeard hintergeht ihn halt dann und versucht, die Teufelsbruch zu bekommen. Aber dann hat das ja nichts direkt mit der Marine zu tun. Ähm, Deathrage hat gefragt, Ja gut, witzig fand ich das eigentlich nicht. Ich war überrascht, gell? Ihr wisst es, ich, äh, äh, informiere mich ja nicht vorher vom Kapitel und sah das da das erste Mal, dass, ähm, Trafalgar Law auf einmal eine Frau war. Äh, die anderen waren natürlich auch Frauen, aber ich glaube, äh, wenn man Law als Frau gesehen hat, hatte man nur Augen für Law. Wobei es ja nicht so überraschend war, das Design. Das hatten wir ja schon bereits in der SBS-Fanpost. Wo Oda alle der, äh, schlimmsten Generation, äh, vom anderen Geschlecht gezeichnet hat. Also alle in Frauen, außer Jolie Bonny, die natürlich als Mann. Ähm, aber war halt dann erstmal, äh, hier kopfgerattert, was ist da gerade passiert? Ivankov, so erste Idee, die ich hatte. Aber der kann ja nicht da sein, weil der ist ja auf Momoeira Island. Und ich glaube nicht, dass der jetzt gerade dort auch besiegt wurde von Blackbeard. Aber es wurde ja relativ schnell aufgeklärt. Also ich war eher verblüfft, als, als dass ich es witzig fand oder so etwas. Äh, Ola hat gefragt, äh, ich bin zwar noch ein großer Freund von einem Insider-Spion von Blackbeard auf Wano, aber ich könnte mir auch vorstellen, da Blackbeard auf dem Schiff von Whitebeard war und sie ja auch auf Wano waren, heißt es ja, welche Inseln in der Nähe liegen. Okay, beginnen wir mal damit, weil das hat, äh, scheinbar auch viele Leute in den Kommentaren verwundert, äh, beziehungsweise sehen die da nicht so den Sinn und Zweck eines, äh, Spions für Blackbeard, weil Blackbeard sowieso wusste, äh, wo, äh, die Kapitäne hinsegeln werden. Ich seh das anders. Na, klar, es gab ja auch diese Karte, die sich spätestens jetzt doch deutlich als, ja, ich sag mal nicht Fake, aber als, äh, Fanmate herausgestellt hat, denn warum sind wir eigentlich nicht im Sphinx Island Arc, obwohl der so gut wie safe war, dieser Arc? Ähm, warum sind wir nicht auf Elba und warum sind wir nicht, äh, in Fullerload, der Pirateninsel von Blackbeard, sondern sind jetzt halt in Egghead Island oder bei der Insel, wo die G-14 die Marinebasis ist. Ja, komisch. Das heißt also, dass, äh, wenn, wenn Blackbeard einen von diesen drei Kapitänen abgefangen hat, dass er die Kurse, die zu diesem Zeitpunkt der Lockport angezeigt hat, und er zeigt ja drei Kurse, weil es drei Nadeln sind, an, ähm, was aber nicht bedeutet, dass es nur drei Inseln in der Nähe von Wano Kuni gibt. Denn wir wissen ja auch, wer ist noch abgelegt von Wano Kuni und hat sich ein, äh, benachbart oder in der Nähe befindlichen Insel, ja, zugewandt. Richtig, die, ähm, Samurai von Wano Kuni, nämlich Kinemon und Co., die sind nämlich damals, äh, zum einen Teil nach Su gelangt, nämlich Raisu, war ja auch Su, und Kinemon, Kanjuru und Momonosuke hat das nach Tressrosa verschlagen. Das heißt, es gibt ja mindestens fünf Wege, wo der Lockport hinzeigen könnte, ähm, von Wano Kuni aus. Und ich glaube, dass es sogar noch viel mehr Wege gibt, um viel mehr Inselvarianten oder Möglichkeiten von Wano Kuni, was dort in der Nähe sein könnte. Heißt also, Blackbeard braucht die Information, welche drei Richtungen die Kapitäle eingeschlagen haben. Und an dieser Stelle müssen wir nochmal darauf hinweisen, dass die ja sehr, ja, nicht gerade unauffällig gesagt haben, in welche Himmelsrichtung sie segeln werden. Lor hat ja auch gesagt, er nimmt diesen Weg, weil der am weitesten von den anderen weg, äh, zu scheinen sein möge. Ja, sie haben ja dann auch die Karten geguckt. Aber ich gehe schon stark davon aus, dass, äh, da vielleicht jemand, Blackbeard, Bescheid gesagt hat, welche drei Richtungen dort eingeschlagen werden und Blackbeard eben an dieser einen Richtung, ähm, gewartet hat auf einen der drei. Weil er ja auch gesagt hat, ich wusste, einer von euch dreien wird hier auftauchen. Warum hat er nicht in Dressrosa gewartet, wenn Dressrosa auch eine mögliche, äh, Route dort gewesen ist? Das ist halt dann der Punkt und die große Frage natürlich, ähm, ist natürlich, äh, alles nur Spekulation meinerseits, dass es da einen Spion gegeben hat, aber, ähm, es würde einiges, vieles erklären. Deswegen bin ich auf so einen Spion gekommen, ne? Blackbeard, ja gut, sie haben, ähm, ja, Wano Kuni nie wieder erreicht. Das darf man nicht vergessen. Blackbeard war damals nicht auf, äh, Whitebeards Schiff, als sie, ähm, das erste Mal in Wano Kuni waren oder das einzige Mal in Wano Kuni waren, nämlich damals, als sie, äh, Kusuki Oden und Iso mitgenommen haben. Ähm, denn Oden haben sie ja nicht zurückgebracht. Wer hat Oden zurückgebracht? Natürlich Goldie Roger. Ja, so war er mit denen dort und da war natürlich Blackbeard auch nicht dabei. Blackbeard wurde auch erst nach Wano Kuni rekrutiert. Das heißt, er selbst war vielleicht nie in Wano Kuni und da das ja das Gebiet von Kaido ist, macht das natürlich auch irgendwo Sinn. Er war ja die ganze Zeit dann bei den Whitebeard-Piraten und die waren wahrscheinlich nie wieder in Wano Kuni. Ja, Ace hat ja dafür die, die Werbedrommel gerührt und hat gesagt, hey, habt ihr gehört, was da abgeht? Wir müssen da hin. Und dann haben die gesagt, ne, äh, eher nicht. Wir können uns da nicht so ganz einfach einmischen. Ist so ein Problem bei der ganzen Geschichte. Also, Blackbeard selbst hat keine Erfahrung, wo es nach Wano Kuni hingeht. Er hat vielleicht auch ein paar Karten oder so etwas. Aber, ähm, er kann ja nicht genau wissen, wo die Lockports hingezeigt haben. Es sei denn, wir gehen natürlich von dem Fakt aus, dass es nur diese drei Möglichkeiten gibt, wo man von Wano Kuni hinsegeln kann. Und das zweifle ich so ein bisschen an, gell. Ja, das ist, äh, die ganze Prämisse, warum ich glaube, dass es da vielleicht einen Insider gibt, der Blackbeard einen Tipp gegeben hat. So, dann zweite Frage. Auf dem ersten Blick sieht es so aus, dass Law keine Chance hat, da er ja so gesehen eine, ein Mann-Crew ist. Bei den drei Mitgliedern der Blackbeard könnte ich mir vorstellen, dass Law da eine Chance hat durch seine Teufelsfrucht. Was meinst du? Hat Blackbeard ein so starkes Haki, dass Laws Kräfte nicht funktionieren, da er ja eher ein Fernkämpfer ist und dadurch ja nicht so sehr von der Finsternisfrucht betroffen ist? Ich denke mal, und das hat auch lange Zeit für mich wieder das Königshaki, äh, gegolten. Na, ich denke, das Königshaki ist sehr safe gewesen, nachdem wir festgestellt haben, dass Blackbeard durch den Karm Belt segeln kann. Jetzt haben wir auch die Königshaki-Blitze bei dem Seebeben gesehen, dass er in diesem Kapitel eingesetzt hat, dass Blackbeard natürlich sehr wohl Königshaki besitzt. Und ich gehe mal stark davon aus, da ja auch Shanks gesagt hat, dass Blackbeard ein sehr gefährlicher Charakter ist und auch in der Novel A, beziehungsweise die Manga-Variante, ja gesagt wird, dass Blackbeard ein starkes Haki hat, dass ein Haki mittlerweile so stark ist, wie eben das von Big Mom und Kaido und dort halt die Opio-Penomie-Frucht nicht so ganz funktioniert, dass man ihn dann einfach wegschicken könnte mit einer Room-Fähigkeit und deswegen glaube ich auch nicht, dass Trafalgar Law da großartig ja, einen Punkt machen kann gegen Blackbeard. Das liegt nicht mal daran, dass Blackbeard mein Lieblingscharakter ist. Ich erwähne das extra, falls Leute denken, ich rede hier ein bisschen durch die Fanbrille. Es geht einfach auch darum, dass Blackbeard seit 22,5 Jahren als Antagonist aufgebaut ist. Er muss nicht der letzte Endgegner sein. Da kommen auch noch andere in Frage, wie Akainu, wie Imsama oder vielleicht sogar noch jemand komplett anderen, Roxy Sebek. Dazu gerne mal meinen Podcast schauen zum Endgegner von One Piece. Aber Blackbeard ist eine Variante davon. Wen ich nicht als Variante für einen Endgegner sehe, ist halt eben Trafalgar Law. Und ja, Leute, glaubt ihr, dass Trafalgar Law nochmal ein krasser Gegenspieler wird für Ruffy? Ja, vielleicht eher alleine interessant. Die Hartpiraten, wir sind genau in dem Dilemma gerade, ja. Die Hartpiraten sind wirklich nicht ernst zu nehmen und selbst wenn Law jetzt Blackbeard besiegen könnte, er hätte doch keine Chance gegen die anderen Leute. Was mir übrigens mal aufgefallen ist, die Mitglieder, die Blackbeard gerade dabei hat, auf welcher Insel wir da auch gerade sind, halt bei der Begegnung gegen Law, sind exakt die Mitglieder, die er damals in Mocktown auf Jaya dabei hatte. Ja, wo ja auch dann dieser Spruch kam mit Hey, sie haben nicht von ihm gesprochen, sondern von ihnen. Ja, natürlich haben sie von ihnen gesprochen, weil man die anderen Blackbeard-Piraten gemeint hat. Aber es sind genau die exakt selben vier Mitglieder, Doc Yuen Stronger, Vang Ogre und Jesus Burgess. Und vielleicht werden sich einige Leute fragen, ja, weil Lafitte war doch damals auch schon Mitglied. Richtig, aber Lafitte war damals in Mary Joa und hat Blackbeard als Shichibukai vorgeschlagen. Deswegen war er damals nicht mit auf Jaya und diesmal ist er auch nicht dabei. Hey, vielleicht Foreshadowing und Lafitte ist gerade wieder in Mary Joa oder halt in einer ähnlichen Auftrag gerade involviert. Wer weiß, wer weiß. Die Theorie basiert ja auch so ein bisschen auf die Redline-Zerstörungstheorie und der Aussage von Boogie und Boogie auf Little Garden. Die haben nämlich gesagt, dass es so ein Ziel ist von den Riesen, soweit ich das in Erinnerung habe, eine blutige, große, rote Schlange zu besiegen oder eine rote Schlange zumindest zu besiegen und da denkt man halt an die Redline und das ist eine der Gründe, warum man glaubt, dass die Redline zerstört werden muss, in dem Fall die riesige rote Schlange besiegt werden muss. Also in dem Kontext mit der Redline-Zerstörungstheorie finde ich die soweit in Ordnung. Das ist auf jeden Fall ein Fakt, den man da nennen kann. Blackbeard hat ja schon oft Gegner vor oder nach dem Kampf gefragt, ob er seiner Crew beitritt. Ich glaube nicht, dass Lore zustimmen würde. Was glaubst du? Hat das eigentlich jemals geklappt? Ich glaube, es hat noch nie geklappt, oder? Dass er jemanden gefragt hat, hey, schließt sich doch meine Crew an. Wobei wir es halt bei Gekko Moria immer noch nicht wissen. Das Schicksal von Gekko Moria ist uns immer noch völlig unbekannt. Klar, er würde Lore fragen und Lore wird höchstwahrscheinlich ablehnen, aber Kaido hat das ja auch gemacht. Er hat ja auch gesagt, hey, Stroh und Ruffy sind besiegt, schließt euch doch alle mir an, dann ist alles wieder Gucci oder hier halt Ruffy schließt sich mir an, Kit schließt sich mir an. Hat ja auch nicht so oft funktioniert. Das fragt man halt so oft, bis es funktioniert und dann hat man einen coolen Verbündeten gewonnen oder so etwas. Er wollte ja auch die Samurai von Oden rekrutieren hier mit Shooten Maru, also Azura Doji, falls ihr euch noch erinnert. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, weder das Lore gegen Blackbeard gewinnen kann, aber ich glaube auch auf der anderen Seite nicht, dass Lore sterben wird. Gökke hat ein paar Fragen gestellt und zwar, es gibt ja diese overpowerten Berührungsfrüchte, zum Beispiel die von Sugar. Könnte man also, nachdem man in Spielzeug verwandelt wurde, mit einem starken Haki sich selbstständig zurückverwandeln oder, wahrscheinlich soll das Perona sein, Peronas Geistern widerstehen, so wie Lore es uns jetzt gezeigt hat? Ich denke ja, also das, was Lore uns gezeigt hat in dem Kapitel, war ja nichts Neues. Das war uns ja bekannt seit dem Roof-Peace-Kampf, wie er so spaßhalber ja genannt wird, also der Kampf auf dem Dach auf Onigashima, als er eben gesagt hat, dass das Haki von Big Mom und Kaido so stark ist, dass der Room eben nicht auf sie wirken wird, also nicht so einfach, dass er sie weg transportieren kann. Und das war ja schon lange Zeit unsere Theorie, also ich schließe mal nicht nur mich ein, sondern auch alle anderen One-Piece-YouTuber, dass man halt das bei zu starken Charakteren einfach nicht einsetzen kann, weil es ja auch dann irgendwo langweilig wäre. Oder im Grunde könnte Shoga die ganze Welt erobern, wenn sie nur rumlaufen müsste und irgendwie probieren könnte, einen zu berühren. Der Kampf wäre zu Ende, wäre absolut langweilig. Es funktioniert halt bei zu starken Charakteren, die ein krasses Haki haben, einfach nicht. Ja, und das ist ja auch eine ganz coole Erklärung, weil das Haki basiert ja auf den Willen und der Gegner ist zu willensstark, als dass du ihm quasi deinen Willen aufzwingen kannst, in dem Fall mit der Opelonomie jemanden an einen anderen Ort zu schicken oder halt natürlich ihn in ein Spielzeug oder in dem Fall in eine Frau zu verwandeln und da befreit er sich halt, kann sie diese Fähigkeit dann abschütteln. Ich denke mal, das funktioniert auch bei anderen Berührungsfrüchten wie beispielsweise die Frucht von Joalie Bonny. Stärke und Teleportation sind so einfache Ideen für Teufelsfrüchte. Ich glaube, viele von uns kamen auch selbst auf die Idee schon ganz am Anfang von One Piece. Wenn wir mal bei dieser Einfachheit bleiben, denkst du, es könnte auch noch diese Teufelsfrüchte kommen? Telekinesefrucht, Fliegenfrucht, Schnelligkeitsfrucht und welche könnte es noch geben, wenn man so simpel denkt? Naja gut, die Telekinesefrucht ist ja im Grunde schon in One Piece vorhanden, gern mit der Schwebefrucht von Shiki, dem goldenen Löwen. Ja, Shiki ist auch ein Filmcharakter, aber es ist der einzige Filmcharakter, der tatsächlich Kanon ist und ja Leute, ich zweifle immer noch das Kanon-Verhalten von Uta an. Ja, wir haben dieses Panel, das keiner so wirklich erkennen kann, ob das wirklich Uta ist. Es könnte Uta sein, ist vielleicht auch ein Werbegag von Oda gewesen und später sagt er dann, ja, aber das war gar nicht Uta, das war irgendwas anderes. Also, wir sollen denken, dass es Uta ist, damit wir alle in One Piece Film Red gehen, sowas zum Beispiel. Ähm, aber Shiki hat die Schwebefrucht und die ist natürlich dann auch Kanon. Ja, so hat er sich ja auch aus Impel Down befreit und diese ganze Impel Down-Geschichte mit Shiki, die ist ja alles im Kanon verwurzelt, genauso wie, dass er mal genauso stark oder zumindestens galt er so stark wie Roger und Whitebeard zu seiner Hochzeit. Ja, welche Teufelsfrüchte könnte es noch geben, wenn man so simpel denkt, also auch die anderen Teufelsfrüchten wie Fliegenfrucht, Fliegenfrucht, wobei diese Fliegenfrucht würde ich auch mit der Schwebefrucht da in Einklang bringen, Schnelligkeitsfrucht. Ich glaube, die sind alle möglich. Eigentlich im Grunde sind viele Teufelsfrüchte möglich, es sei denn, sie widersprechen dem Grundgedanken der Teufelsfrüchte, weshalb ja auch immer für mich der Hauptgrund ist, wenn es darum geht, Wasserfrucht oder Krakenfrucht oder was für Teufelsfrüchte dann noch aufgelistet wurden, die widersprechen halt diesem Grundgedanken der Teufelsfrucht, dass das Wasser halt da so ein bisschen der natürliche Feind ist. Auch das ist eigentlich im Grunde auch unter Regeln gesetzt, die Oda in der Fanpost beantwortet hat. Ich kann diese Fanpost-Videos euch nur empfehlen. Macht am besten das Bild aus, da sehe ich noch nicht so, ich sage mal jetzt in Anführungszeilen schlank aus, wie ich heute aussehe, sondern bin noch ein bisschen aufgequollener, da war ich noch ein bisschen kräftiger. Knights of the Tonight's Night hat gefragt, was man eigentlich sicher, weiß man eigentlich sicher, dass Garb keine Teufelsfrucht hat. Hat man ihn schon mal schwimmen sehen? Er könnte ja eine ähnliche Frucht wie Jesus Burgess haben, weswegen er so stark ist. Nee, der ist einfach so stark. Der hat tatsächlich keine Teufelsfrucht. Wie komme ich darauf? Ist es bestätigt? Natürlich mit der Wifre Card Data Book. Leider haben wir die immer noch nicht. Wenn sie zumindest in Amerika rauskommen würden, würde ich sie ja importieren. Auf Japanisch bringen mir die leider ja auch nicht so viel. Der Wunderliche Wanderer hat gefragt, glaubst du, dass Lore jetzt so aus der Story, zumindest was das One Piece angeht, genommen wird? Ja, ist allgemein, war der für mich schon so ein bisschen aus der Story genommen, als sie Wano Kuni abgelegt haben, dass sie ihn jetzt wieder zurückgeholt haben. Hat ja auch keiner jetzt so direkt damit gerechnet, dass es auch so schnell gehen würde. Aber ja, natürlich, Lore ist aktuell nicht in der Hauptstory so wirklich drin. Der Kampf um das One Piece, da habe ich ihn nie so wirklich ernst genommen, weil wir haben die Hartpiraten und es tut mir leid, die sind vielleicht ganz witzig, diese Leute, aber für die neue Welt ist das einfach zu wenig. Da gehst du nicht auf den Piratenkönig-Kurs. Aber halt natürlich als Verbündeter von Ruffy funktioniert das natürlich weiterhin. Wir werden mal sehen, wie sich jetzt das Ganze mit Blackbeard entwickelt. Wird er die neueste Geisel, ja, der Zellenkumpan von Kobe oder wird er fliehen und sich Ruffy als Verbündeten gegen Blackbeard holen, weil der sowieso gegen den kämpft. Und dann hat man jetzt diese Begegnung nicht nur dann den Grund, Lore so schnell wie möglich wieder in die Story zurückzuholen, sondern man hat ihn quasi dann auch als einen der Hauptcharaktere im nächsten Arc mit drin. Da hätte man ihn auch in die Crew beitreten lassen können. Also irgendwie hätte man das dann auch anders managen können. Fändest du einen Kampf Kidd gegen Blackbeard spannend? Weil ja beide nicht wirklich zu den Guten gehören. Irgendwie würde ich mich über diesen Kampf am meisten freuen. Selbes Konzept wie im Grunde mit Trafalgar Law. Ja, im Grunde darf Blackbeard diesen Kampf nicht verlieren. Dasselbe hatten wir im Grunde mit Ryokyu. Ryokukyu, Green Bull, wie ihr ihn auch aussprechen möchtet. Aramaki heißt er glaube ich mit echt, den kann man auch noch nennen, den Namen. Aber als er nach Wano Kuni kommt und ich immer wieder gesagt habe, Leute, jetzt ein Kampf macht also absolut keinen Sinn. Weil Ruffy darf nicht verlieren als neuer Kaiser und Aramaki ist zu neu als Charakter, dass man ihn gleich verlieren lassen könnte. Ja, warum hat man dann den neuen Charakter eingeführt und gerade jetzt nur um zu zeigen, wie Ruffy stark geworden ist nach dem Kampf von Kaido. Das ist im Grunde eigentlich etwas, was man sich selbst ganz einfach beantworten kann. Man muss ja einfach nur denken, macht das Sinn, die Story von One Piece so weiter fortzusetzen, unabhängig wie stark Charaktere sind. Weil das ist dann eher dann was, was man dann als zweiten Grund anführen könnte. Könnte ein Kitten Blackbeard besiegen? Unter gewissen Umständen mit Sicherheit. Ja, ist ja auch ziemlich stark. Man sollte ihn nicht unterschätzen, aber storytechnische Gründe, ja, die sogenannte Blood Armor, ja, die hat halt eben Blackbeard an, bis halt eben Ruffy sein Gegner wird. Alexander, vielen, vielen Dank für zwei Euro. Oh mein, mein Freund. So, die nächste Frage. Glaubst du, dass es zum Kampf Blackbeard versus Ruffy kommt, kurz vor Laugh Tale, dass Blackbeard Ruffy davor abpasst? Ja, eigentlich wäre es sinnvoller, wenn Ruffy Blackbeard abpassen würde. Ich habe das in der Review ja auch erklärt. Ich werde da auch nochmal ein einzelnes Video diese Woche dazu machen, weil wir nicht wissen, also in der Theorie wäre es möglich, dass Blackbeard alle vier Role Pornoglyphe nach dem Kampf gegen Law hat und mit Pudding vielleicht sogar einen Charakter, wo er sich dann eben die Route nach Laugh Tale anzeigen lassen kann. Heißt also, er könnte nach Laugh Tale singeln. Natürlich unter der Voraussetzung, er hat das vierte Role Pornoglyphe und dann ist halt die Frage, wie soll Ruffy dann das vierte Role Pornoglyphe bekommen, wenn Blackbeard nicht dort ist oder er müsste halt die Insel von Blackbeard angreifen, während Blackbeard nicht dort ist, dort das Role Pornoglyphe finden und ihm dann hinterher reisen und Blackbeard ist halt dann schon ein bisschen länger auf Laugh Tale. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite könnte Blackbeard das Pornoglyphe so gut verstecken, dass das nie jemand findet und ja, was macht Ruffy dann? Mehr wissen es nicht. Wir wissen ja auch nicht, ob Blackbeard das Pornoglyphe selbst besitzt oder einfach auch nur eine Kopie davon hat, weil Law hat ja in dem Fall auch nur die Kopien dieser Role Pornoglyphe und im Grunde, wenn er es hat, das vierte Role Pornoglyphe, hat er dann nach dem Kampf gegen Law alle, weil entweder hat Law das Pornoglyphe von Big Mom, was nicht safe ist, aber er hat ja gerade seine Leute im Territorium, in den Toadlands von Big Mom und da ist ja dann das letzte Role Pornoglyphe, was man sich holen könnte. Also es ist nicht schwer, dann dieses Role Pornoglyphe zu bekommen. Das schwerste ist für mich immer noch das in Zoo, weil davon weiß kaum jemand etwas und Zoo zu erreichen ist ja beinahe unmöglich, wenn du keinen Eternal Port hast beziehungsweise eigentlich eine Vifra Card von jemandem, der dort lebt und klar, die könnte sich Blackbeard besorgen, aber es ist meines Erachtens ein bisschen schwieriger als das Ganze. Eigentlich hat auch nur Ruffy und Shanks eine Chance gegen Blackbeard oder wegen dem ganzen 1 zu 1 Kämpfe, weil die dritte Crew nicht nur einen starken Kämpfer hat. Ich nehme auch Shanks hier aus dieser Liste, weil da sind wir wieder bei der sogenannten Blood Armor. Ich glaube nur, dass Ruffy Blackbeard besiegen kann, unabhängig von Stärke. Wenn es zum Kampf kommen würde, Blackbeard gegen Shanks, würde ich auch sagen, Shanks hätte eine realistische Chance, Blackbeard zu besiegen. Macht das storytechnisch irgendeinen Sinn? Nein, natürlich nicht, weil wenn Shanks Blackbeard besiegt, warum sollte Ruffy dann noch in Blackbeard kämpfen? Das macht nicht so viel Sinn. Das heißt, Blackbeard ist jetzt der große Antagonist und wird wahrscheinlich nicht der Endgegner von One Piece, weil wenn er jetzt vorher besiegt wird, wird es dann höchstwahrscheinlich eher doch Akainu oder Imsama. Deswegen glaube, dass nur Ruffy ihn da jetzt besiegen kann. Und da wir einige Fragen haben, die auch wahrscheinlich noch kommen werden, weil ich sie gesehen habe zumindestens, was wäre passiert, wenn Blackbeard jetzt auf Ruffy getroffen wäre? Für mich persönlich wäre es eine Katastrophe geworden, weil da sind wir wieder beim gleichen Thema wie mit Ryokyu. Ruffy hätte nicht verlieren dürfen, wobei das ist ja nicht auszuschließen, wenn der Kampf kommt, dass Ruffy erstmal verliert und dann im zweiten Anlauf Blackbeard besiegen kann. Aber gegen Blackbeard zu verlieren ist, glaube ich, ein bisschen schlimmer als gegen Kaido, der dann vielleicht dir noch so die Option gibt, nochmal zurückzukommen. Ich glaube, Blackbeard wäre ein bisschen effizienter und würde ihm vielleicht sogar die Teufelsbrucht wegnehmen und dann wird halt für Ruffy alles ein bisschen komplizierter. Müssen wir abwarten. Aber das wäre für mich auch keine Option gewesen, wenn Ruffy jetzt diesen Weg eingeschlagen hätte wie den von Law. Ich meine, auch hier hätte man ein kleines Foreshadowing bei der Entscheidung, welche Strecke man nimmt. Kit und Ruffy wollten ja die gleiche Strecke nehmen, aber Law hat sich ja direkt für eine entschieden und dann haben ja Kit und Ruffy geknobelt und Ruffy musste sich dann mit der Strecke zufrieden geben, die keiner wollte. Dann hier, Palpep hat gefragt, glaubst du, dass Lafitte Pudding per Hypnose dazu bringen könnte, die Pornoglyphe zu entziffern, falls sie sich weigert? Wäre auf jeden Fall eine Option, wäre vielleicht sogar noch die friedlichste Funktion, die man nutzen könnte. Ich meine, die könnten auch nochmal ein paar Schritte weiter gehen. Erinnert euch mal, was Black Maria zu Nico Robin gesagt hat, wir schneiden dir die Arme und die Beine ab, mehr brauchen wir nämlich nicht von dir und dann übersetzt du uns schon die Pornoglyphe. Das könnten sie mit Pudding theoretisch auch machen, also Piraten, Leute, wir könnten ein bisschen blutig werden, aber wir hoffen es natürlich nicht und dass Pudding da noch heil rauskommt. Dann weiß man eigentlich mehr darüber, ob Dragon und Garb ab und zu Kontakt haben, zumindest hat Garb damals in Water 7 zu Ruffy gesagt, dass ihm Dragon von der Situation in Loke Town erzählt hat. Ja gut, das muss aber nicht bedeuten, dass sie wirklich in Kontakt treten, sondern dass sie einfach in Funktion, Ausübung ihrer Fraktion sich einfach begegnet sind. Garb war ja damals noch ein aktiver Vize-Admiral und Dragon damals schon der Anführer der Revolutionsarmee und die sind vielleicht da mal hin und wieder aufeinander getroffen. Da könnte es auch sein, dass es dort passiert ist. Also ich glaube, nicht, dass die sich Teleschnecken mäßig unterhalten da regelmäßig und sagen, und wie geht's Sabo oder so. Nee, das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Das kann auch eine reine Zufallsbegegnung gewesen sein. Allgemein gibt es das sehr selten, oder? Dass man über Teleschnecke im größeren Kontakt bleibt. Normalerweise redet man nur mit Leuten, wenn es halt irgendwie komplett wichtig ist. Weiß man eigentlich, achso, das hatten wir schon, hatten wir schon, kommen wir zu den nächsten Fragen von Tobias Buhr. Er hat gefragt, wie sollte Lore Blackbeard in einem fernen Kampf besiegen können. Also, wir haben ja auch gesehen, dass Lore Big Mom schaden konnte und ich denke mal, das wird auch bei Blackbeard funktionieren, vor allem, weil Blackbeard ja nicht so diese krasse Death hat wie Kaido oder Big Mom. Er ist ja eher so ein bisschen wie Ruffy, der hat ja auch nicht diese krasse Death. Heißt, wenn er sich nicht schützt und ich glaube, wenn er da von dieser Attacke getroffen wird, die er von Big Mom abbekommen hat, dann wird das auch Blackbeard natürlich krass Schaden. Blackbeard ist für mich natürlich hier klar im Vorteil, weil er auch die Teufelskraft von Lore ja, annulieren kann, wenn er ihn berührt. Ist schwierig für Lore, aber ich würde nicht sagen, dass er da chancenlos ist. Durch die Plot-Armor ist das natürlich, aber wenn wir mal sagen, das ist wirklich ein fairer Kampf ohne den Plot als Hintergrund, ich denke, er hätte seine Chancen, aber Blackbeard hätte die bessere Quoten. Wie viel Schaden denkst du, macht so ein Beam bei Ruffy? Wird ihn schon nicht unbedingt nicht stören, wenn er davon getroffen wird. Ich glaube aber auch nicht, dass es lebensgefährlich für Ruffy ist. Wodurch sollte Ruffy erfahren, dass Lore und Colby von Blackbeard gefangen worden sind? Naja gut, also zumindest Colby könnte er über Helmepo erfahren. Der will ja gerade auch selbst nach Egghead Island, um sich da einen Seraphim auszuleihen. Also könnte er dort Ruffy begegnen und sieht da auch, was da für ein Tor Wabohu ist mit vielleicht die Cypherpole, die ja immer noch unterwegs ist und mit den Vegapunks, die eliminiert werden sollten und dann sagt er, was, Colby entführt von Blackbeard, da bin ich aber direkt auf deiner Seite und gehe mit nach Fullerload oder jage jetzt Blackbeard hinterher, den wollte ich mir sowieso vorknöpfen. Er hat ja auch damals zu Lore gesagt, er will sich alle vier Kaiser vorknöpfen und er hat zusätzlich dazu gesagt, das Einzige, was er nicht möchte, ist, Shanks zuerst begegnen, sondern den will er sich zum Schluss aufheben, das heißt, eigentlich ist jetzt die offensichtlichste Wahl sowieso Blackbeard. Denkst du, Cousin hat ein Kopfgeld und wenn ja, wie hoch? Ich gehe stark davon aus, dass der ein Kopfgeld hat und ich würde auch nicht ausschließen, dass das an die zwei Milliarden, wenn nicht sogar vielleicht über zwei Milliarden soweit liegt. Acid hat gefragt, in der Live-Reaction hattest du beim was von einem Spion gesagt? Blackbeard sagte doch lediglich, dass er einer der drei Routen, dass er einer dieser drei diese Route nehmen würde. Vermutlich weiß er einfach, dass man von Vano an der jetzigen Insel, ja gut, das hatten wir schon mit dem Spion, am Anfang habe ich das ja erklärt, wie gesagt, es kann mehr Routen geben als nur diese drei Routen, das heißt, er muss gewusst haben, in welche drei Routen der aktuelle Lockport zeigt, wenn man auf Wano Kuni ist, also das muss nicht mal jemand sein, der gerade in der Nähe von diesen drei Kapitänen ist, sondern einfach jemand, der zu dem Zeitpunkt auf Wano Kuni ist und einen Lockport hatte und hat halt gefragt, wo zeigen die drei Dings hin, ja, wo werden die absegeln, der hat vielleicht ein bisschen weiter gedacht und hat sich gedacht, okay, die werden nicht die gleiche Route nehmen, irgendeiner wird diese Route halt nehmen, aber stellt euch mal vor, der hätte jetzt bei der Route gewartet und Lore wäre Richtung Tressrosa gefahren, dann wäre da gar keiner aufgetaucht, also, wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Routen abseits dieser drei von Wano Kuni, nur die hat der Lockport halt eben nicht angezeigt. Alexander, vielen Dank für weitere 99 Cent, Umai mein Freund. Phil hat gefragt, sind die Kuma-Pazifister eigentlich Roboter oder Klone, Cyborgs? Sie sehen nämlich ziemlich OP menschlich aus. Ich würde sagen, es sind Cyborgs oder Androiden, aber halt mit einer Biotech-Version, also ich glaube schon, dass das in Richtung künstliche Haut geht und so weiter, damit die halt auch ähnlich aussehen zu Kuma, aber das sind jetzt nicht unbedingt Klone, wobei das könnte auch so ein bisschen miteinander zu tun haben, aber, ja, weiß man nicht so 100 Prozent, es wirkt eher so, als ob das nur Cyborgs wären, so wurden sie auch vorgestellt. Welche der Blackbeard-Piraten hat jetzt bestätigt eine Teufelsfrucht? Bitte eine kurze Auflistung. Blackbeard hat zwei Beben-Beben-Frucht und die Finsternis-Frucht, dann haben wir Schirio, der hat die Unsichtbarkeits-Frucht, wir haben Lafitte, der vielleicht eine hat, ja, also er hatte Flügel nach Impel Down, aber, oder hatte in der Vifrica-Data-Book gesagt, das könnte eine Teufelsfrucht sein, muss aber nicht, also die Option hat er sich offen gehalten, könnte aber halt so sein. Jesus Burgess hat jetzt eine Teufelsfrucht, nämlich diese Stärke-Stärke-Frucht oder Muskelfrucht, wie ihr sie auch nennen möchtet, wir haben mit Docu jetzt die Krankheitsfrucht, mit Stronger haben wir die Pegasus-Frucht, wir haben mit Van Ogre die Teleport-Frucht, und wir haben mit San Juan Wolf eine Teufelsfrucht, die einen noch größer macht, weil er ja schon von Vorfeld eine Riese ist, das heißt, Vasco Schott hat keine und auch Avalo Pizarro hat keine, aber Katharina Devon hat den neunschwänzigen Fuchs. Cusan, wenn wir ihn dazuzählen möchten, hat natürlich die Gefrierfrucht und der zehnte Titanic-Captain, über den wissen wir halt noch nichts, aber gut möglich, dass der auch noch keine Teufelsfrucht besitzt. Welchen möglichen Zug hat deiner Meinung nach Boa Hancock gemacht, da sie bestimmt nicht auf Emerson Lilly hockt und wartet, bis die Marine auf Blackbeard wieder auftaucht? Ja, das haben wir ja damals schon so ein bisschen drüber gequatscht, was könnte sie tun? Ja, sie könnte einfach auf die offene Meer hinaussegeln, sie hat ja die Kuya-Piraten und könnte dann piratenmäßig unterwegs sein, ohne halt nach Emerson Lilly zurückzukehren. Sie könnte auch zu Sabaody-Archipel gehen und so ein bisschen in Rayleys Nähe bleiben, sie könnte sich Verbündete suchen, also die Optionen sind da wirklich offen für sie, dass sie sich direkt zu Ruffy begibt, glaube ich jetzt nicht unbedingt, gell, so, ähm, was sollte sie jetzt speziell da, aber klar, vielleicht möchte sie sich auch um Blackbeard kümmern und man trifft sie dann halt einfach zufällig und es gibt dann den nächsten großen Haken in Fuller Load, der ein reiner Kriegsarg ist und alle sich so ein bisschen gegen Blackbeard verbünden, man darf ja bei der Geschichte immer nicht Schenks ausschließen, der ja immer was gegen ihn unternehmen wollte, könnte Grassen, vielleicht sogar eine Battle Royale werden dort eine ganze Geschichte, Blackbeard hat sich da schon einiges an Feinden gemacht. Ist Kuma Seraphine schon ausgewachsen oder war Kuma schon als Kind so ein Bär? Von der Statur her meine ich. Tatsächlich sieht er ein bisschen anders aus als Kind, er hat nämlich zum Beispiel gar keine Haare, die sind nicht ihm ausgefallen, sondern die hat er sich abgeschort, er sieht so ein bisschen aus wie so ein Mönch, Lehrling oder so, es wurde ja gesagt, dass er so im Teenager-Alter ist, also ein jugendlicher Kuma Seraphine, vielleicht hat man das genommen, weil das Design ein bisschen mehr nach Kuma aussieht als das Kind Kuma, weil wenn man nicht weiß, dass das das Kind Kuma ist, könnten das auch die Kinderbilder von anderen Charakteren sein, deswegen hat sich Oda wahrscheinlich dahingehend orientiert. Vielleicht ist es aber auch einfach ein ehemaliger Pazifister, der dann nochmal zum Seraphine aufgerüstet wurde, kann natürlich auch sein, weil man hatte ja das Grundgerüst schon. Bitte um eine kurze Prediction, beziehungsweise den Ausgang zwischen Blackbeard und Lore, da wir das Ende des Fights vermutlich nicht so schnell erfahren werden. Also ich gehe stark davon aus, dass Blackbeard hier ohne Frage als Sieger hervorgeht, denn entweder wird Lore besiegt werden oder Lore flüchtet und in dem Fall ist dann halt Blackbeard der Sieger. Man muss nur rausschauen, mit wie viel Gewinn er aus diesem Kampf herausgeht, aber ich, aus story-technischen Gründen, glaube ich nicht an einen Sieg von Trafalgar Lore. White Rabbit hat gefragt, könnten die Pazifister sozusagen so ähnlich sein wie die Satelliten von Vegapunk, nur dass es Satelliten von Kuma sind und Kuma dann sozusagen einfach nur über künstliche Intelligenz, Computer oder wen anderen kontrolliert wird. Ähm, nö, ich glaube die Pazifister bekommen ihre Befehle einfach eingegeben und dann müssen die halt Ranghöheren der Marine oder der Cypherpol einfach gehorchen, ja. Diese ganze Sache mit den Satelliten ist ja auch so ein Thema. Die hören ja nicht auf irgendein, äh, ein höheres Wesen, wenn man es so möchte, gell, auf, auf einen, den sogenannten Stellar, der genannt wurde, äh, sonst müsste ja der eine Satellit, in dem Fall Chaka der Gute, äh, den, den, den zweiten Satellit, äh, Lilith die Böse, nicht davon überzeugen, die Strohhutbande nicht anzugreifen, weil wenn es ja da noch jemanden gäbe, der die alle kontrolliert, könnte der ja einfach, äh, die Befehle erteilen und Lilith müsste das so tun, aber hier hatten wir ja eher Überzeugungsarbeit zu leisten. Na, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein sehr guter Hinweis auf die ganze Geschichte. Automatics hat gefragt, Lore, Ruffy und Kit haben jeweils eine andere Route von Wano genommen. Ruffy geht zu Vegapunk, Lore trifft auf Blackbeard. Was meinst du, wen Kit noch trifft? Das könnte ja genauso ein Brecher sein, fände hier Shanks oder Buggy echt stark. Wären zwei Optionen, also wenn man danach geht, könnte aber auch sein, dass Kit einfach ein langweiliges Abenteuer dort erlebt oder vielleicht auf Edward Weevil trifft. Auch das würde ich nicht ausschließen. Oder er trifft auf jemanden komplett anderen, die Marine zum Beispiel, die Revolutionsarmee oder Sabo vielleicht, weil er zum zerstörten Lulusia aufgebrochen ist. Vielleicht ist dann auch oft einfach die Route auf dem Weg dorthin auf einmal komplett weg, weil Lulusia Königreich halt einfach weg gewesen ist. Aber ja, es gibt ein paar Möglichkeiten, wohin er da gesegelt sein könnte. Vielleicht fährt er ja nach Sphinx Island und dann sitzt Marco da und winkt. Gude! Lore wird wohl keine Chance gegen die Blackbeards haben. Meinst du, Blackbeard hat das anschließend neben dem Road Pornclue von Lore, was er von Kaido hat, auch auf seinem Teufelsrot abgesehen? Würde ich sagen, wenn er Lore ans Leder will und ihn töten will und nicht anderweitig benutzen will, dann sollte die Opiopinomie definitiv in sein Beuteschema passen. Bukra hat gefragt, wieso kann so eine Bonnie einen Überraschungsschlag bei Ruffy landen, obwohl Ruffys Observationshaki so stark ist? Ja, reden wir mal kurz über Observationshaki. Das funktioniert nicht so, dass Observationshaki immer aktiv ist und wie so ein Lasergitter in so Agentenfilmen, ja, sobald das irgendetwas berührt, dann direkt Alarm schlägt. Man muss sich natürlich in gewisser Weise auf etwas konzentrieren und Ruffy war in dem Fall nicht konzentriert, sondern hat ja einen Angriff gestartet gegen den, ähm, diesen Kuma-Polizisten. Ja, das ist im Grunde dasselbe wie Ruffys Angriff auf Kaido und auf einmal mischt sich dieser Cypher-Polar-EG-Zero-Agent ein und lenkt Ruffy ab. Und das ist die gleiche Situation mit Jolie Bonny, die dann eben einen Überraschungsangriff starten konnte, weil Ruffys Observationshaki, wenn es zu dem Zeitpunkt konzentriert war, wahrscheinlich auf diesen Polizisten konzentriert war, was man auch vielleicht daran sehen konnte, dass er diesen Angriff, äh, trotzdem noch abwehren konnte, von dem war ja ein zweiter Beam, der da kommen sollte und ihn treffen sollte. Äh, René hat gefragt, ähm, ich hätte zwei Fragen an dich, wird der weibliche Ruffy im Kampf gegen Blackbeard kommen und wird Oda noch vor Weihnachten die Bremse finden oder erleben wir gerade das Hypejahr? Wir haben immer so Hypemomente, gell, also das ist nicht so, dass wir es jetzt, äh, immer haben, also für mich ist ja sowieso jedes Kapitel ein Hypekapitel, ja, Fanboy, könnt mir ruhig das vorwerfen, aber ich mag auch die langweiligen Kapitel, äh, bei mir muss nicht immer unbedingt, äh, der absolute Turnup herrschen, ähm, kann sein, dass das nächste Kapitel wieder ruhiger wird, gell, weil, weil wir jetzt nur wieder auf Vegapunk sind, äh, also, nicht auf Vegapunk, wir sind auf Egghead Island bei Vegapunk und da nicht so viel passiert, gell, kann auch sein, dass der Ark jetzt schon so zur Hälfte fertig ist und wir bekommen noch fünf, sechs, sieben Kapitel und dann geht's schon demnächst weiter, äh, und wir bekommen noch die Begegnung von der Cypher Bowl und so weiter und so fort, ähm, meines Erachtens könnte es so weitergehen, umso mehr Leute das Kapitel abfeiern, umso mehr, äh, kriege ich ja auch an Klicks und kommen auch ein bisschen mehr Abos rein, das ist natürlich für uns One Piece YouTuber immer ein Vorteil, wenn's einmal Kapitel gibt, ob wir den weiblichen Ruffy gegen Blackbeard sehen, ich glaube auch nicht und wenn, dann mal so ein Panel und das wäre halt vielleicht auch nicht so interessant, denn genauso wie die Piraten der schlimmsten Generation und dazu zählen natürlich auch Ruffy und Zorro, wurden die im Vorfeld auch alle mit anderem Geschlecht gezeichnet, genauso wie, äh, Nami, Robin und so weiter dann als Männer gezeichnet wurde, SBS Fanpost, eine wunderbare Sache in One Piece. Also man muss es nicht unbedingt noch im Manga zeigen für mich, gell? Und ich sag euch ganz ehrlich, bestes Design von weiblichen Charakteren, Scratchman Apu, das sieht wirklich gut aus, Kid auch, super, gefällt mir. Aber ob wir es sehen, ich glaube es war einfach nur so ein Gag von, von Doc Q an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich was Witziges ausgedacht und hat das dann benutzt, weil es hat ja nicht wirklich was gebracht. Lightning Jens hat gefragt, wussten nicht alle Whitebeard Piraten, dass Kaido und Big Mom Road Pornoklyphe hatten, also auch Blackbeard? Davon ist auszugehen. Ja, das war ja auch kein großes Geheimnis, das wurde uns ja auch direkt auf Sue erklärt damals so, hey, du brauchst die vier Road Pornoklyphe, eins hat Kaido, eins hat Big Mom, das ist so ein offenes Geheimnis in der Welt. Also da muss man nicht unbedingt bei den Whitebeard Piraten gewesen sein. Kenny hat gefragt, Pudding hat eine ziemlich mächtige Teufelsfrucht, sollte Blackbeard sie entführt haben, so könnte er auch damit Cobys Gedanken verändern, was könnte Kobe damit anstellen, äh, dann anstellen? Ja gut, man könnte Kobe vielleicht falsche Erinnerungen einsetzen, ja, und ihn vielleicht dann als Verbündeten gewinnen, ja, das wäre eine ganz interessante Sache. Was ich aber an der Frage interessant finde, auch wenn es nicht so direkt gefragt wurde, wir gehen ja alle davon aus, dass Pudding entführt wurde, weil sie vom Drei-Augen-Stamm ist. Und das ist wahrscheinlich auch die wahrscheinlichste Option, warum sie entführt wurde, was wäre aber, wenn Blackbeard daran gar nicht interessiert war, weil er es vielleicht auch nicht wusste, dass sie vom Drei-Augen-Stamm ist. Wie gesagt, das ist nicht unmöglich, T-Party hat sie es enthüllt und Big News Morgens ist halt so ein Typ, der hält halt gerne nicht so hinter dem Zaun, ja, der veröffentlicht alles, könnte aber auch sein, dass er einfach nur hinter der Memory-Frucht her war und die für irgendetwas braucht. Vielleicht, um Informationen aus Charakteren herauszubekommen, aus Erinnerungen von denen, auch das wäre möglich, da könnt ihr ein bisschen was über die Marine bei Kobe auch erfahren. Interessanter Gedanke, oder? Er entführt sie eigentlich wegen der Teufelsfrucht und bekommt dadurch aber jemanden vom Drei-Augen-Stamm. Kampfkeks, was mir gerade noch einfällt, stellt euch mal vor, dass nicht die Fähigkeit des Drei-Augen-Stamms die Lösung ist, die Pornoklyphe zu lesen, sondern man irgendwie komischerweise mit der Memory-Frucht die Erinnerungen der Pornoklyphe lesen kann und dadurch das erfährt, was auf dem Pornoklyphe steht. Ja, das dürfen wir nicht ausschließen, ja, weil Blackbeard und Blackbeard sag ich schon, Roger und Ruffy und auch Oden konnten ja in gewisser Weise das Verständnis dieser Pornoklyphe mit der Stimme aller Dinge hören. Kampfkeks, jetzt kommen wir zu seinen Fragen, war Conny Tarnung von Bonny auf der Reverie vielleicht die Oma von Bonny, sie sieht ja genauso aus wie eine alte Bonny und ist und war scheinbar Königin des Sorbet-Königreichs und Bonny ist die Tochter von König Kuma und somit die Prinzessin des Sorbet-Königreichs. Würde ich nicht ausschließen, dass Conny die Großmutter von von Julie Bonny ist, ich würde auch nicht jetzt direkt sagen, dass Kuma der Sohn von Conny ist, er könnte der Schwiegersohn sein, weil er ja doch ein bisschen anders da aussieht als Bonny und auch einen anderen Namen hat als sie. Conny und Bonny hört sich ja auch relativ ähnlich an, also könnte auch sein, dass da dann noch eine Tochter gegeben hat von Conny, die dann die Frau und die Mutter von Julie Bonny war, also so im Grunde, wie es in Dressrosa gewesen ist. Kyros ist zwar der Vater von Rebecca, aber nicht der Sohn von Rico Doldo, ihr versteht, was ich meine, also wenn ein Sohn dann ein Verhältnis hat, warten wir mal auf die ganze Sache. War der junge Kuma ein Mitglied der Metz, er hatte in den Panels einen ähnlichen Mantel wie die Wissenschaftler, die im Punk-Hazard-Flashback für Vegapunk gearbeitet haben, gut möglich. Gut möglich, dass Kuma auch Teil der Metz war oder halt irgendwann mal Teil des Teams von Vegapunk und wenn, vielleicht auch als Forschungsobjekt. Auch das kann natürlich sein. Speziell Metz würde ich mal überspringen, weil, Aussage aus den letzten Kapiteln von Julie Bonny, dass sie hier auf Eckert Island war, als sie ein Kind war. Und wenn sie dort war, wird sie nicht alleine dort gewesen sein, weil sie eben ein Kind war. Also war Kuma wahrscheinlich mit dabei und das ist die Szene, die wir jetzt gerade im aktuellen Kapitel haben, wo Kuma sie nach oben hält. Ist Eckert die Insel der Wissenschaften beziehungsweise aller Wissenschaften, die Kleidung der Zivilisten sind Anspielungen auf verschiedene wissenschaftliche Gebiete, zum Beispiel Linguistik, Geschichte und Petrologie beziehungsweise Steindehre. Ist die Lehre der Steine, nicht die, irgendwas mit hier, Geo, Geo irgendwie was? Keine Ahnung, ja. Geologen. Keine Ahnung, ich kenne mich da zu wenig aus, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, aber kann natürlich sein, dass das alles Anspielungen sind und Eckert Island ist nicht die Insel der Wissenschaften, sondern die Insel der Zukunft, so wird sie genannt, weil Vegapunk da halt einfach ist. Ich denke auch, Vegapunk hat die Insel zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Kip die Kante hat gefragt, der, der Lore dazu zwingt, die Operation der ewigen Jugend durchzuführen, wäre doch ein leichtes Opfer. Einfach Kehle durch und gut, wer sollte das verhindern? Also ich muss die Frage mal aufschlüsseln, wie das gemeint ist. Also Lore soll die Operation der ewigen Jugend an jemanden durchführen. Wem ist egal, dass Lore während dieser Operation dem Typ einfach die Kehle durchschneidet und er hat gewonnen. Ich denke mal, wenn das mit Lore passiert, hat man natürlich irgendwas in der Hand, um ihn zu erpressen. Ja, da sagt man dann, du machst jetzt die Operation der ewigen Jugend oder wir bringen dir Beppo Sachi und Pinguin um, sowas zum Beispiel. Also klar, natürlich ist er ein leichtes Opfer, aber am Ende muss man dann halt den Preis dafür zahlen. Ich denke, da hat man schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Vielleicht ist man dann aber auch nicht in Vollnarkose, sondern das ist so eine, wie nennt man das diese Operation, ambulant, ja, dass der behandelte Patient dabei wach ist. Too intense. Glaubst du, Blackbeard hat eine Chance gehabt, wäre statt Lore Ruffy auf und seine Crew getroffen, muss schon ziemlich Eier haben, sich den kompletten Strohhütten mit nur drei weiteren Männern entgegenzustellen. Jo, deswegen ist Ruffy nicht diese Route gefahren, das ist halt der Hauptgrund dafür, ja, weil dann kommen nämlich gerade zwei Charaktere mit Blood-Armor, äh, die aufeinander clashen und in dem Falle, wenn die beiden aufeinander clashen, verliert automatisch Blackbeard die Blood-Armor, das ist das Grundkonzept der Geschichte, deswegen durfte Ruffy diesen Weg nicht nehmen und der Weg war ja für Ruffy nie eine Option, ja, das ist ja der Weg gewesen, den Lord direkt gesagt hat, den nehme ich und die Ruffy wollte ja den Weg nehmen, den Kid jetzt genommen hat. Acid hat noch eine Frage gestellt, was wäre deiner Meinung nach das Potenzial der Pegasus-Teufelsfrucht, ist die Hybrid-Form unbeeindruckend? Naja gut, zumindestens bei Stronger wäre die ein bisschen unbeeindruckende Hybrid-Form, weil in der Hybrid-Form wäre er ja halb das, was er normalerweise ist und halb Pegasus. Er ist halt wert. Könnte, könnte vielleicht so ein, ich glaube es gibt da ja so Pferde, mir fällt da irgendwie das Pferd aus Baldur's Gate von Tempus, einem Gott ein, der hat glaube ich sechs Beine, dieses Pferd, das könnte man vielleicht so irgendwie darstellen, aber wäre das der große Vorteil? Also ganz ehrlich, mir hätte es auch irgendwie besser gefallen, wenn man diese mystische Teufelsfrucht weggelassen hätte und gesagt hätte, okay, das ist jetzt halt die Möwenfrucht oder sowas, irgendein Vogel. Also im Grunde das gleiche Konzept wie bei Pierre, das hat ja viele aufgeregt. Boah, Pierre hat doch die Pegasusfrucht. Nee Leute, Pierre war ein Vogel, der die Pferdfrucht gegessen hat. In der Hybrid-Form war er in dem Fall ein Pferd mit Flügeln. Logisch. Ja, das ist halt das Konzept von der Hybrid-Form und deswegen war die Pegasusfrucht theoretisch noch frei, bis sie Stronger hatte, aber Stronger hätte auch einfach, wenn man ihn nur dafür verwendet, auch eine einfache Vogelfrucht nehmen können. Gab ja genug. Falkenfrucht wäre interessant gewesen, da hätten wir mal über den Verbleib von Pele reden können. Aber so eine wirklich große Potenzial sehe ich da nicht. Vielleicht mal ein Gegner, den Chopper besiegen kann. Brusa hat ein paar Fragen gestellt. Könntest du dir vorstellen, dass Teachs Fähigkeiten, Technik, Trick, was auch immer er damals mit Newgate gemacht hat, nicht den Tod des Nutzers der jeweiligen Teufelsfrucht voraussetzt? Also mit anderen Worten, wenn er zum Beispiel in die Konfrontation mit Lord die Teufelsfrucht mitnimmt, dass er dennoch weiterleben kann. An der Stelle mal die Empfehlung, den Podcast oder den Live Q&A mit Craig Werner von mir zu lesen, wahrscheinlich, weil er auf Englisch ist. Und ich habe dazu ja auch in Folge nochmal ein einzelnes Video dazu gemacht, auch zum Ableben von Absalom, dass dieser noch leben könnte, dass Teufelsfrüchte auch ohne den Tod des jeweiligen Teufelsfrucht Nutzers funktionieren könnte. Also ja, diese Option gibt es natürlich. Zweitens, für die Fall, wenn Frage 1 erwähnt, wenn Teach die Operationsfrucht von Lore nimmt und sie auch theoretisch anderen Charakteren als zweite Teufelsfrucht geben könnte, wäre das nicht ein ultimativ passendes zusätzliches Power-Up mit Doc Q oder wäre das dann für diese Charaktere dann ein wenig zu match? Wenn nicht Doc Q, zu wem der Blackbeard-Piraten könntest du diese Teufelsfrucht sehen und wieso? Auch diese Frage ist im Grunde leicht zu beantworten, auch das wurde uns im Grunde schon geforeshadowed, wenn man so möchte, die Operationsfrucht ist erst dann eine OP-Frucht, der OP-OP-ENOMI, wenn sie natürlich bei einem fähigen Arzt, im besten Fall eines Chirurgen ist, gell, und Doc Q ist jetzt in dem Fall kein Chirurg, so wie halt Chopper kein Chirurg ist, aber er ist halt ein Arzt und abgesehen von Doc Q gibt es keine Ärzte bei der Blackbeard-Piraten-Bande, außer vielleicht der 10. Titanic-Captain, aber es wäre schon sehr großer Zufall, wenn da zwei Ärzte auf einmal in dieser Crew wären, das heißt, jeder, der sie sonst bekommen würde, die wir kennen, die keine Teufelsfrucht haben, zum Beispiel Vasco Schott oder Avalo Pizarro beispielsweise, würden diese Teufelsfrucht halt nicht so stark einsetzen können und ob Doc Q sie nehmen könnte, ja, da sind wir wieder im Bereich der Spekulationen, ob noch jemand anders außer Blackbeard eine zweite Teufelsfrucht essen kann. dritte Frage, ist es theoretisch denkbar, dass zu irgendeinem Zeitpunkt, während Wano Kuni, Sue oder Whole Cake Island, also den drei Robe-Pornoglyphen-Arcs, sich Devon mit Hilfe ihrer Teufelsfrucht dort als Spionin eingeschlichen hat? Folgefrage, dazu ist bekannt, seit wann Teach von den Robe-Pornoglyphen Bescheid weiß, eventuell schon seit seiner Zeit bei Newgate, sorry für viele Fragen. Ich glaube nicht, dass Katharina irgendwo die Zeit gehabt hat, sich irgendwo einzuschleichen. Während wir im Wano Kuniak waren, war sie auf Fuller Load, da haben wir sie nämlich gesehen, als sie ihre Teufelsfrucht präsentiert hat. Danach war sie auf Amazon Lily. Erinnert euch noch, während im Wano Kuniak hat Blackbeard irgendwann gesagt, los Leute, aufs Schiff, wir gehen jetzt mal uns was holen. War ja die Sache mit Blackbeard auf Amazon Lily und mittlerweile haben wir ja noch diese Sache mit Whole Cake Island und der das ja auch so ein bisschen simultan zu den ganzen anderen Geschehnissen abgelaufen ist, können wir auch davon ausgehen, dass keiner dieser beiden Schatten Katharina Devon ist. Also nein, ich schließe das mal komplett aus und dass das Roadpoint Cliff of Sue betrifft, davon wissen halt absolut nur die wenigsten und die Whitebeard Piraten natürlich nicht. Dementsprechend sollte es auch Blackbeard in der Regel nicht wissen. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, nicht einmal Kaido wusste davon, dass da ein Roadpoint Cliff ist, deswegen konnten sie Reiso dort verstecken. Jack D. Dragon hat gefragt, denkst du, Law wird irgendwie entkommen können? Rein von der Kampfkraft her hat Law ja keine Chance, im Grunde kämpft er alleine. Selbe System wie bei Gecko Moria damals, natürlich könnte er entkommen, wir wissen halt immer noch nicht, was dort passiert ist. Wieso sollte Blackbeard für die Info über die drei Routen zu einer Insel von einem Spion haben, er ist Kaiser und wird das Meer kennen? Dass er aus Erfahrung weiß, dass es von da aus drei Routen gibt, ist nicht unwahrscheinlich. Das ist aber der Punkt, wir gehen davon aus, es gibt nur drei Routen, weil natürlich der Lockport nur drei Routen anzeigen kann. Er hat ja nur drei Nadeln, falls ihr euch da erinnert. Der Lockport auf der Grand Line auf dem Paradies fahrt, der hatte nur eine Nadel, das heißt, er hat nur zur nächsten Insel gezeigt. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass man von Wano Kuni auch nach Su gelangen kann, natürlich dementsprechend nur, wenn Su Nisha in der Nähe ist und nach Tressrosa, weil dort sind ja Kinemon, Kanjuro und Momonosuke hingelangt. Ja, die sind ja nicht zu den drei anderen Inseln. Also es ist auch nicht auszuschließen, dass Kit jetzt Richtung Tressrosa unterwegs ist und wenn er das ist, dann ja, da gebe ich mich geschlagen, dann hat Blackbeard einfach gut spekuliert. Aber auch da ist nicht auszuschließen, dass er auch vielleicht nach Sphinx Island unterwegs ist, weil die muss ja auch in der Nähe sein, sonst hätte ja Marco nicht von dort aus nach Wano Kuni fliegen können. Nein, klar, fliegen kann man schon eine ganze Weile, aber der war ja blitzschnell hinterher und auch die Minks, die vorher bei ihm waren, waren ja auch ganz schnell dann in Wano Kuni. Also es gibt da deutlich mehr Routen, gehe ich zumindest davon aus und da bräuchtest du dann doch schon jemanden, der dir die Information gibt, in welche Richtung die gefahren sind. Dann, klar, kannst du eins zu eins zusammenzählen, wo du warten solltest. Wir dürfen aber nicht vergessen, er hat ja nicht direkt auf einer Insel gewartet, sondern ein bisschen davor. Aber waren ja dann doch in der Nähe von dieser Insel. Hältst du es für möglich, dass Law, sofern er nicht entkommt, in diesem Kampf verliert und seine Teufelsfrucht verliert? Klar, warum nicht? Also das mit dem Teufelsfrucht verlieren, ohne sein Leben verlieren, finde ich auch immer noch so schwierig, aber möglich ist es natürlich. Könnte die Frucht von Burgess die Frucht von Urush sein? Kam mir beim Lesen zumindest direkt in den Kopf. Ja und nein. Nein, klar Urushfrucht funktioniert in gewisser Weise ähnlich, aber bei Urush musste er vorher Schaden erleiden, um dann stärker zu werden, deswegen nenne ich sie ja spaßeshalber die Karma-Frucht, gell, quasi so die Pokémon-Attacke Geduld, ja, man greift dann, oder konnte, ja, mit greift dann doppelter Stärke zurück an, ähm, das war ja bei Jesus Burgess hier nicht der Fall, der ist ja einfach stärker geworden, also eher nicht, wäre auch ein bisschen schade, Urush einfach so ein Random aus der Story zu nehmen, ohne dass er vorher im Fokus stand. Wann werden wir Urush wohl wiedersehen? Wenn wir die erste Frage von dem nehmen, wahrscheinlich gar nicht mehr, Spaß natürlich, äh, sobald er irgendwann aufkommt, ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es nicht und ich denke, äh, Oda wird den nochmal irgendwo einbauen können, vielleicht ist er ja auch bei, bei Blackbeard, vielleicht ist er der zehnte Titanic-Captain, wir wissen es nicht, gell, Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Star Platinium hat gefragt, haben die Blackbeard-Biraten alle ihre Teufelsfrüchte während oder nach dem Timeskip bekommen? Wenn ja, ist das schon beeindruckend, da dies bedeuten würde, dass Blackbeard deren Fähigkeiten schon vorher anerkannt hat. Auch hier ja und nein. Wir wissen ja, dass Shiro, die erst vor kurzem bekommen hat, diese Teufelsfrucht und wir wissen auch, dass Jesus Burgess, die im Zeitraum nach Tressrosa bis jetzt bekommen hat. Also nein, nicht alle während dem Timeskip, aber der ein oder andere, vielleicht Katharina DeVos zum Beispiel, wäre möglich. Und vielleicht hatten auch einige schon viel früher diese Teufelsfrucht, gerade diese Krankheitsfrucht bei Doc Hugh, war ja schon damals eine Theorie, die man hatte, unter anderem ich auch, dass das vielleicht auch so der Hauptgrund ist, warum er immer so mit Mitte 20, Leute, Mitte 20 ist Doc Hugh, der ist nicht so alt, immer wie wie auf dem Sterbebett auf Stronger rumgetragen wird und Stronger halt auch nicht gerade wie das gesündeste Pferd wirkt. Ja, sollte man mal vielleicht besser behandeln, das Pferd. Daniel hat gefragt, sehe nicht, viele Szenarien, wie Lor da lebend rauskommt, meine Theorie, Lor ist auch Mitglied der Sword-Einheit und schließt sich Blackbeard an und lässt sich gefangen nehmen, dumm ist Lor ja nicht. Er weiß, dass er allein gegen 4 null Chance hat und sein Blick und die Aussage, der Gewinner bekommt alles, kann ja auch anders gemeint sein. Denke, dass auch Kusan ein Mitglied ist, mit Kobe wären da schon drei, Lor meinte ja auch zu Ruffy der nächste Mal, wenn wir uns begegnen, sind wir Feinde, vielleicht ist das alles geplant und die Sword-Einheit hat einen Plan. Dass Lor da nicht grundlos Blackbeard begegnet ist, weil er die Infos bekommen hat, wo Blackbeard ist, Lor wäre perfekt, um Infos zu Blackbeard zu bekommen, durch seine Frucht, er sieht sofort, wenn Blackbeard zum Beispiel drei Herzen hat oder um vielleicht auch dem One Piece näher zu kommen und dann Blackbeard am Ende zu verraten, irgendwie in die Richtung, wäre das für mich die einzig Sinnvolle, um Lor da nicht sterben zu lassen, seine Story ist ja eigentlich durch, was denkst du, wie es mit Lor weitergeht, ich glaube, da haben wir schon einiges aufgelistet, also wird von Blackbeard besiegt und gefangen genommen, wird von Blackbeard besiegt, kriegt die Teufelsbrucht weggenommen und überlebt, flieht und kommt da nochmal mit einem blauen Auge davon oder wird getötet, das halte ich für beim unwahrscheinlichsten oder tötet halt selten Charaktere und schon gar keinen Fanliebling wie Lor. Okay, man könnte sagen Ace, aber der war ja lange Zeit eigentlich auch nur geplant, dass er direkt stirbt und Ruffy dann eine Entwicklung gibt, die Sache mit den drei Herzen, ich meine, selbst wenn er so dann sieht, oh mein Gott, Blackbeard hat ja zufälligerweise drei Herzen, bringen die das in Verbindung mit den Teufelsfrüchten, ich meine, diese ganze Theorie dieser drei Herzen basiert ja nur darauf, dass Blackbeard auch noch eine dritte Teufelsfrucht ist, das hat er halt auch noch nicht gemacht, auch das sind alles reine Spekulationen, wir gehen aber schon so vom Fakt aus, dass das noch passieren wird, bisher ist es nicht passiert, ich bin mal gespannt, könnte natürlich noch passieren, aber mir würden auch zwei Teufelsfrüchte reichen, sieht ja auch so cool aus und ist ja stark genug, reicht ja, wir lassen uns überraschen bei der ganzen Geschichte, weil das Law bei Sword ist, halte ich doch mal schwer, schwer für ein Gerücht, also glaube ich nicht, das ist nicht so nah und vor allem warum sollte man die Infos von Law nehmen, wenn Kusan sowieso schon Sword Unit Mitglied ist und die Infos schon die ganze Zeit beschafft, ja gut, der könnte nicht sehen, ob der drei Herzen hat, wobei das halt auch irgendwo nur eine Theorie ist, zweite Frage, habe ich das richtig verstanden, dass Frau sein eine Krankheit ist, voll verwerflich sinnvoll, keine Ahnung, nein, ich weiß nicht, das haben einige geschrieben, oh boah, jetzt wird es hier wieder toxisch, könnte man wieder meinen, selbe System wie mit, 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 mit Yamato und mit Okiku, nein, natürlich ist Frau sein keine Krankheit, man darf das auch nicht als Krankheit sehen, was, was Docu dort gemacht hat, er hat etwas gemacht, was einer Krankheit ziemlich ähnlich ist, nämlich er hat sowas wie ein Virus erschaffen, der sich dann auch infektionsmäßig überträgt, so wie das bei einer Krankheit ist, eine Grippe zum Beispiel, was passiert bei einer Grippe, du bekommst Schnupfen, Husten, die Nase läuft, Halsschmerzen, Grippe halt, Symptome, die Symptome dieses Virus sind halt, dass sein Geschlecht verändert wird, aber in dem Fall halt dein Geschlecht von Mann zu Frau verändert wird, das impliziert nicht, dass eine Grippe und das, was da passiert, das gleiche ist, ich weiß auch nicht, warum er es gemacht hat, weil es macht halt absolut keinen Sinn, Lore wird jetzt nicht unglaublich schwächer dadurch, dass er eine Frau ist, ja, warum sollte er das auch werden in One Piece, wir wissen, dass einer der stärksten Charakteren eine Frau war, Big Mom, Smoothie auch, ziemlich stark, wenn sie mal was zeigen würde, ja, aber das sei mal dahingestellt, Boa Hancock, ähm, theoretisch hätte er das jetzt auch machen können, gehen wir mal davon aus, er hätte jetzt die Kuja-Piraten überfallen, ähm, dass er da ein Virus erschaffen hätte, das er ja scheinbar erschaffen kann, frei nach seinem eigenen Willen, wo die Kuja-Piraten alle zu Männer werden, wäre ja sogar sinnvoll, weil dann wäre zum Beispiel die Teufelskraft vielleicht nicht so effektiv von Boa Hancock, wie sie es ist, wenn sie eine Frau ist, aber da man ja davon ausgeht, das ist ja auch schon das System, was ich bei der, äh, Liebesfrucht von Boa Hancock gesagt habe, in One Piece existieren halt bei den starken Kämpfern zu 99% halt nur Männer, deswegen macht so ein Virus halt mehr Sinn, wenn du das gegen eine andere Piratenbande einsetzt, halt als andersrum, ja, weil ein Mann zum Mann machen oder die paar Krankenschwestern, die wir auch später nie wieder gesehen haben, bei, bei Lost Crew, äh, in Männer zu verwandeln, hätte halt auch nichts gebracht, er hätte jetzt auch einfach machen können, alle verwandeln sich in Tiere, in Minks oder in Fischmenschen, so muss man diese Krankheit sehen, das ist nicht irgendetwas, was, ähm, man wirklich mit einer Krankheit gleichstellen sollte, weil, eine Krankheit ist ja eher etwas, äh, Schlechtes oder so, ja, im Grunde könntest du dann auch das, was, was Ivankov macht, dann genauso in Zweifel stellen, aber, jo, wer, wer das wieder in, in, in Zusammenhang bringt, äh, der will sich einfach über diese Diskussion dann aufregen, ja, ich, mich hat das nicht aufgeregt, das hat Oda auch nicht so geplant, das sollte witzig sein, den meisten hat es ja auch gefallen, dort als Frau dort zu sehen, und das war's, ja, und die waren ja auch ruckzuck wieder Männer, und vielleicht sollte Oda das jetzt bei irgendeinem weiblichen Charakter, hey, Nico, Robin und Nami halt nochmal andersrum einsetzen, damit man da das Thema auch wieder durch hat, ja, die könnten sich vielleicht nicht so schnell für zurück verwandeln, wäre mal interessant, ähm, äh, äh, Katedes hat gefragt, wir hatten in der Vergangenheit ja die Strohhüte gegen die Cypherpole, zudem hatten wir auch Jimbei gegen Who is Who, es gibt also nur noch zwei Strohhüte, die noch nie gegen die Cypherpole gekämpft, Agenten gekämpft haben, und zwar Brook und Usopp. Usopp hat gegen Jabra gekämpft, okay, er hat verloren, aber er hat es getan, ähm, ähm, Usopp kämpft ja oft gegen weibliche Feinde mit starken Teufelsfrüchten. Ist das so oft, dass Usopp gegen weibliche Charaktere kämpft? Also wenn ich mir das jetzt mal so überlege, ähm, so Usops erster Kampf überraschend war gegen Kis, der war ein Mann, Fischmensch, äh, hier im Alon Park Arc, äh, er hat gegen Miss Merry Christmas gekämpft, okay, das war eine Frau, aber da war ja auch Mr. Four dabei, das war wiederum ein Mann, und die haben ja im Team gekämpft. Ähm, gegen Perona hat jetzt Usopp nicht gekämpft, also da hat er gegen Jabra gekämpft, das war jetzt auch ein Mann, ja, ja, ich muss mir entschuldigen, es war damals nicht Usopp, es war Sogeking, natürlich, es war Sogeking, das rechtfertigt natürlich wieder alles hier, komm, reden wir mal richtig. Klar, Usopp hat gegen Perona gekämpft, das ist jetzt ein, äh, weiblicher Charakter, aber wir sind wir auch mal ehrlich, zu dem Zeitpunkt hätte auch kein anderer, äh, Perona besiegen können, aber ich denke, Usopp kämpft genauso oft gegen Männer, äh, als auch gegen Frauen, ja, deswegen würde ich da jetzt nicht so viel hineininterpretieren. Äh, nun, wir wissen zwar nicht, ob das hier zutrifft, aber ich könnte mir vorstellen, dass Usopp einen, seinen Kampf gegen sie in diesem Arc bekommt, hier wird kein Name genannt, aber ich gehe mal davon aus, dass hier Stassi gemeint ist. Brook könnte gegen Ekki kämpfen, äh, schließlich sind beides Schwertkämpfer und passen damit gut. Die Theorie ist natürlich eher ein wenig Wunschdenken, weil Brook und Usopp in Wano keinen großen Gegner besiegen dürfen. Ich würde nicht mal sagen, dass das eine Theorie ist, das ist halt wirklich ein Wunschgedanken, so, hey, die, äh, könnten auf die Strohüte kämpfen und der könnte gegen den kämpfen und das macht irgendwie Sinn, dass sie gegeneinander kämpfen. Am Ende geht es darum, wer begegnet wem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Usopp eine Chance hat gegen diese drei Cypher-Pull-Agenten, weil Usopp ist halt auch kein starker Charakter und er kann die vielleicht ablenken. Das sind keine Gegner, die, äh, Usopp entgegenkommen. Usopp braucht in der Regel Gegner, die ihm entgegenkommen, also eigentlich im Grunde stark sind, aber Usopp, äh, durch einen Zufall halt irgendwie im Vorteil ist. Das ist so das Ding, was, was Usopp dann halt, äh, glänzen kann. Äh, Perona ist ein großes Beispiel. Ähm, Brook gegen Ekki, ja, das wäre jetzt so ein, auf gleicher Höhe, aber da hast du ja immer noch einen Rob Luki, äh, oder einen Rob Luschi. Äh, der ist halt, der könnte ein bisschen schwieriger werden, das ganze Geschehen mit dem, also, uh, man weiß es nicht, gell? Ich sag ja immer, Rob Luschi wird immer so ein bisschen gerade unterschätzt. Auf der anderen Seite, ich hab's im, im Podcast über die Stärke der Weltregierung gesagt, gerne mal reinhören, letzte Woche aufgenommen. Ähm, Rob Luschi könnte halt auch extrem stark sein, krasser als ein Kaiser-Kommandant. Ich meine, wir haben einen Sir Crocodile, wo wir immer wussten, der kommt stärker zurück. Die Leute wünschen sich eine Enel zurück. Wenn er zurückkommt, muss er voll krass sein. Aber Rob Luschi darf das nicht. Ich versteh's nicht. Also, macht doch vom Konzept her den gleichen Sinn. Ähm, wir warten mal ab, gell? Wir wissen ja auch nicht, ob die dann wirklich aufeinander treffen und dann auch den offenen Kampf gegen die Strohbande, ähm, dann aufnehmen werden, gell? Vielleicht, äh, wird das dann überhaupt nicht so ein krasser Kampf-Ark mit einem richtigen Kampf, sondern man nimmt halt dann Vegapunk mit, schützt den irgendwie und, äh, die, äh, Cypher-Pol steht dann da halt blöd da und übernimmt nur das Labor. Seto Kaiba hat ein paar Fragen gestellt. Denkst du, dass Kit ein ähnliches Kaliber erwartet wie Law und Ruffy? Das hatten wir schon, aber hier wird vorgeschlagen, Shanks, Enel oder Skoppa Gabarn? Also, Skoppa Gabarn kann er nicht besiegen, ist der krasseste. Ja, also, ich hab auch gehört, äh, Piratenkönig-Training kommt da noch. Ich weiß nicht, ist das so eine Theorie, die irgendwann mal vor vielen Jahren kam, ja? Skoppa Gabarn wartet auf der letzten Insel und Ruffy bekommt das Piratenkönig-Training. Ähm, da fällt mir auch eine witzige My Hero Academia-Theorie ein. Äh, Deku wird jetzt von Stain trainiert und bekommt das wahre Heldentraining. Super, aber das, Videos werden geklickt, ich weiß nicht warum, ja? Enel, äh, ist auf dem Mond. Wäre, wäre eine ganz wilde Route von, 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 äh, von Kit mit so einem Lock-Up-Stream. Schön Lock-Up-Stream, zack, hoch, ähm, boah, lass mal, lass mal direkt Mond. Wäre eine, wäre eine wilde Route, oder? Können wir uns drauf einigen. Shanks wäre übel. Shanks wäre übel. Vor allem, da er ja noch, äh, eine Vergangenheit mit Shanks hat. Uuuuh, wäre interessant, gell, aber wer weiß, wo Shanks gerade rumgurkt, gell, es muss nicht sein, dass der diese drei Routen genommen hat. Der könnte tatsächlich eine andere Route genommen haben oder hat er sogar ein Eternal-Port. Ich meine, das ist ein Kaiser der Neue Welt. Ich glaube, die haben von jeder Insel da ein Eternal-Port oder die passende Vifre-Card oder zumindest von den meisten und, äh, schnappt sich jetzt erst mal Bartholomeo. Aber hey, Bartholomeo und Kit treffen aufeinander, wäre auch interessant. Ja, müssen sich dann verbünden gegen Shanks. Mal gucken. Ähm, ich habe deine Wertung bei Letterbox zu FilmRed nicht gesehen. Wie viele Punkte gibst du dem Streifen? Ich habe ewig nichts mehr bei Letterbox eingetragen, was halt daran liegt, dass ich aktuell so ziemlich gar nichts, was, äh, Realfilme, äh, oder Serien betrifft, schaue. Na, abgesehen von Endor und da bin ich nicht so 100% begeistert von dieser Star-Wars-Serie. Ansonsten schaue ich nur Anime. Gut, FilmRed ist natürlich jetzt ein Anime. Aber wo, äh, bewerte ich ein Anime? Natürlich bei MyAnimeList. Und da habe ich ihn bewertet, als ich ihn geschaut habe und ich habe ihm sieben Sterne gegeben. Also den gleichen, äh, Wertungen, wie ich Stampede gegeben habe. Die sind natürlich auf ihre Weise in dem Sinne okay bis gut. Mir hat der Film auch gut gefallen. Ich habe eine Review dazu gemacht. Auch wenn die spoilerfrei ist, sage ich ja, dass mir der Film an und für sich gut gefallen hat. Ich habe ihn jetzt auch noch mal auf Deutsch geschaut. Ähm, der geht okay, der Film. Ja, das ist auch ein Fillerfilm, den darf man nicht so ernst nehmen. Und mir geht es nicht so wirklich um die Kämpfe. Und da, da kann ich auch noch mal dazu sagen, wir wussten schon vor anderthalb Jahren oder mindestens seit einem Jahr. Ich habe ja auch Videos dazu gemacht oder ihr habt es von anderen One Piece YouTuber erfahren, dass Oda ja auch direkt damals schon gesagt hat, der Film wird halt ein bisschen anders da sein. Der wird nicht nach Schema F ablaufen, wie normalerweise so ein One Piece Film abläuft. Also war es doch klar, dass wir da viel Musik erwarten können und weniger Kämpfe. Und das ist das, was wir bekommen haben und das ist das, was die Leute jetzt halt aufregt. Kann ich irgendwo verstehen. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, du kannst halt nicht mehr so gut irgendwie einen One Piece Film inszenieren, weil du halt kaum noch Gegner erschaffen kannst in so einem Film, die halt stärker sind als ein Ruffy oder ein Zorro. Weil du musst jetzt Gegner erschaffen, die halt, sagen wir es wie es ist, auf einem Kaiserlevel sind und die kannst du dir nicht aus dem Ärmel schütten. Und wir hatten im letzten Film einen Stampede-Zone-Charakter mit Douglas Bullitt. Hat für mich halt auch nicht funktioniert. War irgendwo auch nicht so cool am Ende. Also meiner Meinung nach. Film Z hat damals gut funktioniert, weil wir auch einen ganz anderen Punkt hatten von One Piece. Vielleicht könnte man mal einen alten One Piece Film wieder mal machen. Also gar nicht mal komplett, was aktuell im Geschehen ist von One Piece, sondern einfach mal so einen klassischen Grand Line One Piece Film. Wo die Charaktere vor dem Timeskip noch mal behandelt werden und dann noch mal coole Kämpfe. Das wäre vielleicht mal eine interessante Idee, so etwas zu machen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr in einen One Piece Kinofilm gehen, der quasi in der Vergangenheit der Strohhüte spielt. Also in der Zeit, wo sie auf der ersten Hälfte der Grand Line unterwegs sind oder im East Blue sogar. Aber ich denke, die erste Hälfte der Grand Line wäre besser, damit wir zumindest alle Charaktere bis auf Broke in der Crew haben. Äh, bis auf Chimbae in der Crew haben. Das packst du. Denkst du, im nächsten Film könnte Ruffy gegen Big Mom kämpfen? Nö, muss nicht sein. Also man weiß ja auch nicht, was man mit Big Mom macht. Die könnte ja immer noch tot sein. Nehmt nicht das, was in dem Film passiert ist, für ernst oder so etwas, nur weil da Charaktere aufgetaucht sind. Ich habe das ja auch gesagt in meiner spoilerfreien Review. Der ist zeitlich nicht einzuordnen. Und diese kurze Sequenz mit Gear 5 ist absolut enttäuschend. Und wenn ihr nicht aufpasst und im falschen Moment blinzelt, seht ihr es auch wahrscheinlich gar nicht. Ich habe es auch nicht gesehen beim ersten Mal. Ich musste den dann nochmal durchswitchen, bis ich es gesehen habe überhaupt. Im Grunde ist das zu 99%, sagen wir mal 90% Snakeman, 9% Boundman und 1% ganz, ganz schlechtes Gear 5. Ja, ich hoffe, dass es im Anime besser wird. Inklusive Drommel der Freiheit, inklusive dem Lachen von Ruffy, das war nämlich alles nicht da. Er war nicht mal richtig koloriert. Doch einmal von hinten hat man ihn gesehen. Ganz schlecht, ganz schlecht, meine Meinung nach. Aber ja, kommen wir zu was anderem. Wir haben ja noch ein paar Fragen offen. Denkst du, Cracker war in der Keksform, die er ja bevorzugt und wurde dann schnell besiegt? Er sieht ja aus, als ob er fliehen wollte. Was sagst du? Nein, er war natürlich nicht in der Keksform. Wir haben ihn ja in der Coverstory auch vorher schon gesehen. Da saß er ja auch da und war noch so ein bisschen verwundet von dem Kampf gegen Ruffy. Und dann wurde er ja nach Chocolate Town geschickt, durch den Spiegel zusammen mit Brüle ist er durchgegangen, weil sie eigentlich dachten, dass Ichiji und Reiju dort warten würden. Und dann war er vielleicht einfach nur mal so überrascht, dass da auf einmal Kusan plus Charakter X dort standen. Schmutziver hat gefragt, bisher passen die Teufelsfrüchte der Blackbeard-Bande ganz gut zu deren Charakteren. Als hätte oder das geplant, oder? Als hätte oder das geplant. Hier mal wieder ein Verweis auf My Hero Academia. Mirko heißt ja mit bürgerlichem Namen Usagi Yama, also Berghase. Unglaublich, sie hat eine Hasenfähigkeit. Ja, das kommt schon häufig vor in One Piece, dass die Charaktere so heißen wie die Kräfte ihrer Teufelsfrucht, obwohl das gar keinen Sinn macht, weil diese einfach super passend darauf geschrieben wurden. Aber kommen wir zur Frage. Was für Teufelsfrüchte kannst du dir bei den anderen Crewmitgliedern noch gut vorstellen? Ja, irgendwelche, die dann halt auch passen würden. Ja, ist doch logisch. Ja, Vasco Schott, ja, vielleicht eine Alkoholfrucht. Der ist ja ein großer Alkoholiker. Aber hey, ganz ehrlich, in One Piece wäre nicht Big Mom. Muss man mal echt loben. Big Mom hat natürlich ein Ernährungsproblem, ganz ehrlich. Aber wenn du mal die anderen Kaiser nimmst, Kaido, Whitebeard, Shanks, Roger wahrscheinlich auch. Das waren schwere Trinker. Ja, aber Vasco Schott ist ja auch bekannt, ein schwerer Trinker zu sein. Also klar, Alkoholfrucht oder irgendetwas, was in die ähnliche Richtung geht. Ich finde immer, dass Avalo Pizarro ein sehr nördliches Aussehen hat. Klar, der Name ist wahrscheinlich eher südeuropäisch, aber die Schneefrucht oder so etwas oder halt eine tierische Sohrenteufelsfrucht, irgendwie so Leopard, Löwe oder sowas. Das passt irgendwie zu ihm. Also wenn wir jetzt nur mal vom Pass, wie die Faust aufs Auge geht. Und bei Lafid warten wir mal ab. Wir wissen es ja noch nicht so ganz genau. Wir schauen mal, aber wird schon sein. Mag es vielleicht sein, dass die Blackbeard-Piratenbande sich zu sehr auf Teufelsfrüchte fokussiert und dafür Haki vernachlässigt? Oder denkst du, dass die Haki-Level der Blackbeard-Piratenbande auf einem hohen Level sind? Die werden definitiv alle Rüstungs- und Observations-Haki haben. Vielleicht nicht auf dem höchsten Level, aber ich glaube nicht, dass das komplett ignoriert wird, nur weil die Teufelsfrüchte hinterherjagen. Weil da könnte man streng genommen sagen, war das auch das gleiche Konzept der Bestien-Piraten. Die hatten halt nur sich auf Sohan-Teufelsfrüchte spezialisiert und die Big Mom-Piraten halt auf Teufelsfrüchte, die überwiegend irgendwas mit Essen zu tun hatten. Ja, es ist ja nicht nur so, dass Blackbeard da Teufelsfrüchte, ja klar, er hat primär Teufelsfrüchte gejagt und hat dafür gesorgt, dass er starke Teufelsfrüchte in seiner Crew hat, aber davon abgesehen, waren die ja vorher schon krass. Vergesst auch nie, das ist für mich eine Schlüsselszene bei Blackbeard, dass er Jolie Bonny abgelehnt hat, weil sie zu schwach ist und nur, wenn sie seine Frau werden würde, übrigens 100 IQ Move, wenn es geklappt hätte, von Blackbeard, wäre sie an Bord willkommen gewesen, aber ansonsten wäre sie zu schwach. Ja, aber auf der anderen Seite hatte er Charaktere wie Jesus Burgess zu dem Zeitpunkt, den viele halt eher für so einen Dulli gehalten haben. Der wird vielleicht trotzdem ein bisschen krass stark gewesen sein, wenn nicht auch vielleicht so stark wie ein Sabo. Dann, King of Kings hat gefragt, da fallen mir zwei Ideen ein, die erste, Ruffy und Co. gehen nach Fuller Lord, um Kobe zu befreien und die Blackbeard Piraten sind nicht vollständig da. Gut möglich, da sie immer noch gegen Lore kämpfen, beziehungsweise auf der Heimreise sind und Ruffy findet auf Fuller Lord das vierte Rollpornkliff. Auch möglich. Die zweite, es kommt zum Kampf zwischen den Ströden und der Blackbeard Piraten, da sich aber auf Fuller Lord noch massig andere Piraten tummeln, die sehr wahrscheinlich auf Blackbeards Seite sind, bekommt Ruffy als Unterstützung die Big Mom Piraten beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hoffentlich die Katakuri Piraten, die ihre Schwester befreien wollen. Auch möglich. Wenn die zu dem Zeitpunkt da ist. Weil noch ist das Ganze in Whole Cake aktiv. gell? Vielleicht schließen sie sich auch danach der Großflotte an, was aber eher unwahrscheinliches Wunschdenken ist. Ja. Deswegen war es auch nicht Ruffy, der Big Mom erledigt hat, damit es nichts Unverzeihliches zwischen ihnen gibt. Was hältst du davon? Sind ein paar interessante, gute Ansätze dabei. Ich denke, man muss halt ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Das muss ja auch zeitlich alles so zusammenpassen und das ist gerade das größte Problem bei dieser ganzen Geschichte, aber durchaus vorstellbar. Allianz zwischen Strohhütte und Big Mom Pirat. Das wäre auch denkbar, auf jeden Fall. Zio hat gefragt, denkst du, Doflamingo ist stärker als Cracker, weil er sich ohne Probleme aus dem Eis von Kusan befreien könnte? Milchmädchenrechnung, ich liebe sie. Natürlich. Deswegen ist auch ein Turtok stärker als ein Bisaflor, weil Turtok kann ja Klurak besiegen, der stärker ist als Bisaflor. Macht das Sinn? Nein, das ist ein Papierstein-Schere-System. Aber ja, ich persönlich glaube auch, dass Doflamingo deutlich stärker ist als ein Cracker, aber ein Cracker sollte man trotzdem nicht unterschätzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Cracker sich in den nächsten Minuten dann auch daraus befreien kann. Auch ein Doflamingo hat sich nicht direkt daraus befreit. Also, es kommt immer so ein bisschen auch darauf an, wie sind die Charaktere gegen den anderen gestellt, da muss man ein bisschen mehr abwägen als ein einfaches Dreier-Denksystem. Es funktioniert meistens nicht so ganz. Aber persönlich denke ich natürlich auch, dass Doflamingo deutlich stärker ist, unabhängig von dieser Szene. Shinto hat gefragt, hat die Angsthasen-Trio eine Chance gegen die Blackbeard-Piraten? Kommt auf drauf an, welche Blackbeard-Piraten und wenn, dann wahrscheinlich ja. Weil am Ende sind die Strohhütte die Protagonisten und haben Plot-Armor und gewinnen das Ganze. Aber das muss halt gut aufgeteilt sein. Dazu empfehle ich mal den Podcast von mir, die Strohhütte-Bande gegen die Blackbeard-Piraten-Bande. Hans hat gefragt, meinst du, jemand mischt sich in den Kampf zwischen Law und Blackbeard ein und falls ja, wer könnte Law zur Flucht verhelfen? Das ist eine interessante Frage, denn ja, das ist natürlich auch eine Option, dass dort eine dritte Partei kommt. Vielleicht die Marine. Vielleicht Edward Weevil. Auch das wäre möglich, dass er auf dieser Insel ist und sich dann einfach einmischt und Blackbeard so abverlenkt, dass Law entkommen kann. Auch Shanks wäre hier eine Möglichkeit. Also klar, da könnte auch sich jemand einmischen und das Ganze geht komplett anders aus. Hey, so witzigerweise ist es Gekko Moria, der sich dann mit Law zusammentut. Das wäre auch völlig wild, aber hey, auch die Option ist natürlich mit gewissen Abstrichen möglich. Kevnox hat gefragt, lässt sich anhand der neuen Teufelsfrüchte der Blackbeard-Piraten nun ein Matchup zwischen den Blackbeard-Piraten und den Ströten besser bestimmen? Welche Matchup siehst du nach diesen neuen Erkenntnissen? Daran hat sich nicht wirklich was verändert. Also, die Krankheitsfrucht, ich glaube, in dem Podcast Strotbande gegen Blackbeard-Piratenbande, den ich eben auch schon erwähnt habe, ging ich auch nochmal darauf ein, dass eben Docu so etwas wie eine Krankheits- oder Seuchenfrucht haben könnte. Die Diamantenfrucht oder jetzt die Stärkefrucht bei Jesus Burgess ist natürlich in gewisser Weise was anderes, aber es geht in die gleiche Richtung. Es bleibt trotzdem ein Brawler-Charakter, so nenne ich den jetzt mal gerne. Und auch bei den anderen hat sich da nicht großartig was verändert. Ja, selbst bei Stronger, ich habe es ja gesagt, habe ich damit gerechnet, dass der mit Flügel zurückkommt, nur nicht mit der Pegasus-Frucht, sondern mit einer Vogelfrucht. Auch das kam nicht unerwartet. Unerwartet war die ganze Sache mit Van Ogre, aber ganz ehrlich, Van Ogre war für mich der Gegner für Usopp. Ja, dass der endlich mal ein richtiges Schützenduell bekommt. Und sonst hat sich nichts verändert. Superman Lovers hat gefragt, an wen führt Lore mit seinen letzten Kräften die Operation des ewigen Lebens durch? Beppo oder Pinguin? An keinem. Macht ja absolut keinen Sinn. Die Operation des ewigen Lebens gibt es auch gar nicht. Das ist die Operation der ewigen Jugend. Und wisst ihr, was die bewirkt? Richtig. Man bleibt ewig jung und verliert dadurch das Leben. Das heißt, selbst wenn Beppo und Pinguin kurz vorm Sterben sind und er will die retten, kann er sie halt eben auch nur ewig jung machen. Er kann sie nicht vom Sterben retten. Das funktioniert mit dieser Operation nicht. Geht nicht. Man kann auch keine Leute von den Toten zurückholen mit dieser Operation. Übrigens auch hier an der Stelle Oda hasst Reinkarnationscharaktere, die vom Tod zurückgeholt werden. Okay, er hat Brook gemacht, aber bei Brook war das halt diese Sache mit der Teufelsbruch. Der war als dieser Charakter geplant. Wahrscheinlich hatte Oda bei Brook folgende Gedanken. Ich will ein Skelett in dieser Crew haben. Wie kriege ich das hin? Das war wahrscheinlich so der eher Gedanke dahin als diese Wiederbelebung. Ja, das war mal eine falsche Übersetzung, dass das die Unsterblichkeits Operation ist, aber das hält sich irgendwie wie so ein hartnäckiger Kaugummi unter dem Tisch. Es ist die Operation der ewigen Jugend. Süleyman hat gefragt, würdest du es auch so sehen, dass wenn Blackbeard alleine gegen Law kämpfen würde, Law ihn besiegen würde, zum Beispiel sein Awakening, was Big Mom ja extrem Schaden gemacht hat, oder er könnte ihn zerteilen oder ins Wasser teleportieren. Da habe ich im Grunde auch im Verlauf dieses Q&As ja gesagt, klar, Law könnte in gewissen Umständen auch ein Blackbeard besiegen. Macht hat storytechnisch keinen Sinn und dann müsste man halt überlegen, was würden die anderen Blackbeard Piraten machen? Würden die nicht Law ans Leder gehen und hätte Law dann überhaupt noch die Kraft weiter zu kämpfen? Denn er hat halt eben keine starken Crewmitglieder, die es mit den anderen drei aufnehmen können, in Klammern vier, aber ich glaube nicht, dass Stronger da großartig mitkämpfen wird. Jutsulina hat gefragt, was wäre, wenn Blackbeard die OP-Frucht klaut? Wer würde die bekommen und wie ist überhaupt die ewige Jugend zu verstehen? Also ob man durch diese Operation unsterblich ist oder einfach nicht altern kann, aber trotzdem sterben könnte? Habe es immer noch nicht ganz kapiert. Zweiteres, man altert nicht mehr, aber wenn man halt geköpft wird, tot. Tot möglich. Tot möglich. Kann er die die Frucht klauen? Klar. Klar kann er die klauen. Ob er da halt ein geeignetes Crewmitglied dafür hat und ob Doc Q eventuell eine zweite Teufelsfrucht essen kann. Alles das im Bereich der krassen Spekulation. Haben wir aber auch schon thematisiert. Herr Blumpsy hat gefragt, hältst du es für möglich, mit Hilfe von Puddings Teufelsfrucht Lore zur Operation der ewigen Jugend für Blackbeard zu bringen? Naja, man kann halt die Erinnerungen verändern, aber das wäre halt schon ein krasser Move, oder? Dass das so funktionieren könnte. Also da würde ich eher über die Hypnose von Lafitte gehen, aber auf der anderen Seite wäre nicht vielleicht Lore so stark, dass diese Teufelsfrüchte oder die Hypnose auf ihn da so krasse Wirkungen hätte. Eher weniger. Eher weniger. Ich glaube, ich glaube immer noch so ein bisschen daran, dass diese Operation der ewigen Jugend nichts ist, was wir bei Lore irgendwie sehen werden. Vor allem, weil Lore ja eigentlich das Versprechen an Corazon gegeben hat zu leben. Lore auch ein krasser Fan-Favorite-Charakter ist, den bringt man nicht so einfach um oder bringt halt generell nicht so gerne Charaktere um. Vielleicht lässt er auch deswegen diese Option offen, dass Kaido und Big Mom eventuell noch leben könnten. Ich glaube, dass die Operation der ewigen Jugend bereits durchgeführt wurde von einem Vorbesitzer der OP-OP-Nomie und das könnte eventuell Imsama sein. Da würde ich mitgehen. Es könnte aber auch ein anderer Charakter sein. Von daher passt das. Herr Lemi, vielen, vielen Dank für zwei Euro Umai, mein Freund. Steffen hat gefragt, Blackbeard wird immer als möglicher Endgegner gehandelt, aber eigentlich gibt es davon ja viele. Die jetzige Situation schreit doch gerade danach, dass Blackbeard als nächstes gehandelt wird. Kobe, Pudding und vermutlich Lore. Wie viele Gründe braucht es noch, um sich jetzt um Blackbeard zu kümmern? Was denkst du? Joa, ist seit einiger Zeit so mein Gedanke, dass der nächste Arc tatsächlich der Fuller-Load-Arc sein könnte und dass es dann zum großen Clash zwischen der Stroh-Bande und der Blackbeard-Piraten-Bande kommt. Deswegen habe ich auch diesen Podcast vor ein, zwei Wochen aufgenommen. Julian hat gefragt, könnte sich Lore wieder mit den Strohütten zusammentun und dann gegen die Blackbeard-Piraten kämpfen? Wäre ein logischer Schluss. Definitiv. Deno hat gefragt, wird Blackbeard nachhinein Ruffys Verbündete attackieren? Zum Beispiel Kobe, Hancock, Lore und so weiter und so fort. Ich glaube, das alles ist eher so ein Zufall. Ruffy hat halt so ziemlich mit jedem Charakter irgendwie irgendwas zu tun und gilt dadurch mehr oder weniger als ein Verbündeter von Ruffy, aber im Grunde weiß er es eigentlich nur von Lore aus der Zeitung, dass die beiden sich verbündet haben. Hancock ist so ein Thema, weiß man nicht so 100%, kann man aber erahnen und Kobe halt eben auch. Müsste man halt weiterdenken, aber ich glaube, es war eher ein anderes Ziel. Bei Boa Hancock war es die Teufelsbrucht, bei Lore sind es jetzt die Pornoglüfe, Kobe ist halt zwischen die Fronten geraten. Also eher Zufall Vater des Gedanken. Ich glaube nicht, dass die Operation der ewigen Jugend, weil hier im Chat gesagt wird, Rayleigh könnte ein bisschen Jugend gebrauchen, so funktioniert. Also vielleicht könnte man das kombinieren mit der Teufelsfrucht von Jewelie Bonny, weil ich bin ja der Meinung, dass die Teufelsfrucht von Jewelie Bonny nicht permanent hält. Das heißt, sie verwandelt jemand in ein Baby und dann bleibt er halt für eine gewisse Zeit Baby und auf einmal puff ist er wieder in seinem normalen Alter. Führt man aber in dieser Zeit die Operation der ewigen Jugend an diesem Charakter durch, könnte es tatsächlich zu einer permanenten Eigenschaft kommen. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber wenn jetzt ohne Jewelie Bonnys Kräfte bei Rayleigh das einfach gemacht wird, ja dann ist Rayleigh halt immer noch der alte Knacker. Ich finde auch, dass das ist auch cool so. Er sieht ja cool aus. Ronald hat ein paar Fragen gestellt. Könnte Kumars Geist in einem anderen Körper sein, beispielsweise in dem des Seraphim Kumars? Nee, das glaube ich nicht. Das wäre wahrscheinlich technisch möglich, aber eher unnötig. Man will ja gerade diese Komponente Kumar da nicht haben, deswegen hat man ihm ja auch im Grunde alles genommen, was ihn noch zu einem ich sag mal Menschen gemacht hat. Man will ja diese willendosen Kampfmaschinen haben. Also willendos in dem Sinne, dass sie nicht eigenständig sind. Loist, ein so großer Taktiker, könnte er den maximalen Abstand zu den anderen gesucht haben, um sich mit jemandem zu treffen, beispielsweise Drake an Sword liefern. Falls ein Sengok oder Garb auftauchen würde, Blackbeard das Weite suchen. Ich glaube, dass Drake eventuell tot ist. Aber vielleicht liegt er auch noch auf Onigashima rum, wir wissen es nicht. Nee, der wollte einfach den maximalen Abstand von den beiden, weil er keinen Bock mehr auf die hatte. Lo hat er allgemein keinen Bock mehr auf Ruffy und auf Kit hat er wahrscheinlich noch viel weniger Bock gehabt. Ich glaube nicht, dass da eine erweiterte Taktik da zur Debatte stand. Das ging halt nur darum, man hat drei Routen und hat sich halt eine daraus rausgepickt. Ich glaube auch nicht, dass Law der Typ ist, der da Gefangene nimmt und dann mit der Marine da irgendeinen Deal machen würde, also Drake da mitzuschleifen und dadurch, die wissen ja auch nicht, dass der Drake hat. Das haben wir ja im letzten Kapitel von der Cypher-Pull erfahren, dass man erstmal gucken muss, was ist eigentlich mit Drake. Also würde ja die Marine zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind bei Law gegen Blackbeard, da ja nicht auftauchen. So, jetzt gucke ich mal, ob hier noch ein paar Fragen gestellt werden, aber ihr könnt schon mal eure Fragen in den Chat hauen, wenn ihr noch welche habt, die offen geblieben sind. Ich weiß auf jeden Fall schon mal eine, die wir nochmal diskutieren müssen und deswegen packen wir das. Wie hat Blackbeard Law unter Wasser entdeckt? Observationshaki. Das wäre eine Option hier, die Frage von frittierte Sachen. Observationshaki hat er ihn gespürt oder Charaktere gespürt, die in diesem U-Boot sitzen. Herr Lemi, vielen, vielen Dank für zwei weitere Euro. Umai, mein Freund. Warum waren die Haki-Blitze von Law eigentlich weiß statt den klassischen schwarz? Naja, also bisher ist ja noch nicht bestätigt, dass Trafalgar Law Königshaki hat. Wahrscheinlich waren das anderweitige Blitze beziehungsweise gar keine Haki-Blitze, sondern eher die von seiner Teufelsfrucht hergerührt haben. Wie stark schätzt du den dieses ehemalige Rocks-Mitglied Wang Xi ein? Immerhin hat er anscheinend gegen Colby, Blackbeard und Law gekämpft. Klingt nach Kaiser-Niveau. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der auf dem Niveau von einem Kaiser gewesen ist, aber halt ein krasser Charakter, so vielleicht Mihawk. Ich meine, er war ja immerhin bei den Rocks-Piraten, aber wenn er ein krasser Typ gewesen wäre, hätten wir den Namen schon viel früher gehört. Also eher vielleicht ein Typ, der alleine unterwegs war, aber wenn du den halt reizt oder so, dass er dann halt auspackt, aber ich glaube, eher so für sich allein gestellt. Könnte Vegapunk sich nach dem Arc auf Wano verstecken? Gut, könnte sich auch irgendwo anders da verstecken, aber ja, also da ist eigentlich alles irgendwo offen, wo er sich sicher fühlt und eventuell seine Forschung fortsetzen kann und irgendwo Geld herbekommt. Aber er könnte halt natürlich Wano Kuni mal modernisieren, sofern die das wollen, weil sie sind ja eigentlich Japan und die sind ja eher traditionell. Muss man mal schauen, aber Japan ist halt auch sehr futuristisch teilweise, kommt immer so ein bisschen auf die Gegend an. Da passt das. Ich habe gestern Film Red gesehen. Ja, schön. Also ich finde das auch cool, dass Film Red jetzt noch in anderen Kinos läuft. Also länger. Ich glaube, bei uns in der Gegend läuft er nur an diesem einen Tag und dann nicht mehr wieder, aber in größeren Städten läuft er da wahrscheinlich doch wie andere Kinofilme schon ein paar Wochen. Denkst du, wenn Lore sein Haki stärker ist als das von Blackbeard-Piraten, dass er in seinem Room dafür sorgen kann, dass die Blackbeard-Piraten ihre Teufelsfrüchte nicht benutzen können? Naja, das kann er allgemein nicht. Diese Fähigkeit in seinem Room die Teufelskräfte von anderen unterdrücken, habe ich bisher noch nicht gesehen. Vielleicht ist es mir auch entgangen, aber eigentlich nicht. Ja, konnte er ja auch bei Big Mom nicht machen. Er hat ja nur den Ton dort isoliert in diesem Room, um sie von den Homies wieder zu trennen. Also eher weniger, dass das funktioniert. Also allgemein, weil das keine Möglichkeit der OP-OP-Nomie ist. Ich glaube, da ging es dann eher um den Körper von anderen Leuten zu bewegen. Die Frage passt zwar nicht zum aktuellen Geschehen, aber ich frage mich, wieso es keinen Flashback zu Shanks gab, als er damals Kaido in Wano vor dem Krieg aufgehalten hat. weil die Szene vielleicht auch völlig irrelevant war. Auch das war ja mal eine Frage, die wir Craig Werner gestellt haben und er hat ja gesagt, ja, vielleicht wollte er einfach nur irgendeinen Ort haben, wo die beiden mal aufeinander getroffen sind, damit die sich mal begegnet sind. Am Ende gab es da auch keinen Kampf. Meine Theorie ist ja immer noch, dass Shanks Kaido mit Schnaps bestochen hat, so wie er es auch bei Whitebeard im Grunde versucht hat, ihn da mit Schnaps zu bestechen und Kaido dann gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock gegen Shanks zu kämpfen und danach noch gegen Whitebeard, hier ist aber viel Schnaps, den ich gern trinke, dann ziehe ich mich halt wieder zurück. Kaido war ja auch nur mit King unterwegs zu dem Zeitpunkt, also passt das. Wieso wurde Kuma eigentlich der Tyrann genannt? Das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass er den Königstitel irgendwann aberkannt bekommen hat, vielleicht hat das damit zu tun, vielleicht wurde ihm auch die Schuld nur aufgelastet und damit halt dann auch diese Beinahme. Auf der anderen Seite könnte das auch aus seiner Zeit als Revolutionär herrühren. Wie stark schätzt du Burgess ein und wieso unterschätzen ihn alle? Ich weiß nicht, warum ihn alle unterschätzen, aber ich kann mir denken, dass es mit dem Dressrosa-Arc zu tun hat und ich denke, dass der schon einer der stärkeren Charaktere ist. Ich habe es vorhin ja erklärt, das ist diese Szene mit Jolie Bonny und zu dem Zeitpunkt war ja auch Jesus Burgess und seiner Crew, das ist ein handverlesener Charakter von Blackbeard. Da müssen wir von vornherein ausgehen, dass das halt ein krasser Charakter ist, weil Blackbeard sich nicht mit Schwächlingen abgibt. Kuma sah aus wie damals wie Kyros, ja, und Tashigi sieht aus wie Kuina, aber als Kind sah sie komplett anders aus. Ich glaube nicht, dass es da ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen diesen beiden Charakteren gibt. Wahrscheinlich haben sie beide nur lockere Haare, weil ich glaube, das Gesicht von Kuma ist deutlich kantiger als das von Kyros. Da haben wir halt nur ein bisschen lockige schwarze Haare in dem Fall. Ja. So, haben wir noch was in der Überprüfung? Da ist noch nichts. Ihr könnt noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Ich schalte euch da jetzt nicht davon ab, aber wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann kommen wir auch zum Ende dann auch langsam, weil hier ist ja auch nichts mehr gemacht. Die Enel-Ohrläppchen, ja, Fukuroku, dieser Anführer der Uni war Banschunin, Fukuroku Yu, Fukuroku Juju, wie ihr ihn nennen möchtet, hatte ja auch diese langen Ohrläppchen, der war jetzt auch nicht verwandt mit Enel und er hatte auch diese hohe Stirn wie die Space Piraten, da war er jetzt auch nicht unbedingt verwandt. Slater, vielen, vielen Dank für zwei Euro Umai, mein Freund. Weiß Ruffy eigentlich, dass Sogeking Usopp war? Offiziell wahrscheinlich nicht. Ich glaube aber, dass Ruffy es gecheckt hat. Was Chopper betrifft, weiß ich es nicht, nicht, aber Ruffy hat nichts gesagt, weil er an dem Punkt halt auch einen Usopp an seiner Seite brauchte. Ich glaube ja auch nicht, dass Ruffy das nicht bemerkt hat, dass am Ende ihn auch Usopp angefeuert hat und nicht so Sogeking, als er sich dann bewegen sollte, denn nach der letzten Attacke gegen Rob Blushy war er ja auch bewegungsunfähig. Das wird er schon verstanden haben, aber ich denke, da wird nichts gesagt. Ruffy hätte ja auch Usopp direkt mitgenommen. Es war ja Zorro, der gesagt hat, nee, so nehmen wir den nicht mit. Der soll sich entschuldigen und deswegen war Ruffy ja auch am Ende dankbar beim Post-Inis Lobby-Ark, dass Usopp sich noch entschuldigt hat und er dann endlich die Hand ausstrecken konnte und ihn dann noch mitnehmen konnte. Wie würdest du einen Film finden ohne die Strohhütte, wo es um God Valley geht? Ich persönlich würde das gut finden, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es jemals so einen Film geben wird, weil die Standardprämisse bei One Piece Film ist halt einfach so, die Strohhütte muss da ein Teil davon sein, die ist immer dabei und die werden das nicht ohne die Strohhütte machen. Das ist natürlich eine coole Idee und es hat ja auch teilweise bei Jujutsu Kaisen funktioniert, wo man die Vorgeschichte mit Jujutsu Kaisen 0 gemacht hat. Da hattest du kein Itadori, da hattest du kein Kugisagi und auch kein Megumi. Da hattest du halt aber andere Charaktere, die wir halt alle schon kannten, wie Gojo oder halt Maki und Togo oder Panda. Da hat das halt funktioniert, aber das ist bei One Piece halt leider nicht möglich. Ich muss mal schauen, das ist halt auch so, dass bei den My Hero Academia Filmen, wenn man die schaut, ich habe den dritten noch nicht gesehen, gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe die Chance nicht genutzt, den mir anzusehen, bin ich ein bisschen schade, aber ich kam erst später zu dem Anime, ich habe es ja nur als Manga gelesen, gut, bei den Filmen wäre es egal gewesen, da ist es halt auch so, bei den ersten beiden Filmen, dass halt alle aus der Klasse 1a in diesem Film auftreten müssen. Im zweiten Film macht das auch noch Sinn, weil die alle auf so einer Insel sind, bei dem ersten My Hero Academia Film macht das nicht so viel Sinn, da hat man sich für jeden irgendwie einen Grund ausgesucht, wie die auch zu dieser anderen Insel oder dieser irgendwie dahin gekommen sind, damit du alle Charaktere von der Klasse 1a dabei hast, gell, deswegen, also die Show und Manga laufen halt so, das wird auch nie in One Dragon Ball Film ohne Son Goku oder Vegeta geben, gehe ich stark davon aus, also natürlich ausgeschlossen sind die alten Dragon Ball Filme, wo Vegeta noch kein Thema war. Ich weiß, sehr weit hergeholt, aber könnte Blackbeard und Cusan vielleicht Brüder beziehungsweise Verwandte sein, die vielleicht damals getrennt worden sind, sie haben ähnliche Haare und auch einen sehr ähnlichen Hautton. Nicht auszuschließen, dass sie von der gleichen Insel sind, Verwandtschaftsverhältnis würde ich jetzt mal in Frage stellen, wahrscheinlich ist ja auch bekannt, wo Cusan und Blackbeard herkommen, bei Blackbeard Grandline kommt, bei Cusan schaue ich jetzt mal gerade aus, welchem der herkommt, wenn das nämlich hier eine der Blues ist, er kommt aus dem South Blue, damit hat sich eigentlich das ganze Thema erledigt. Ja, also, es waren nicht alle im ersten My Hero Academia Film okay, vielleicht waren da eins, zwei unwichtige Charaktere, die nicht mal jemand im Anime braucht, nicht dabei, aber die meisten aus Klasse 1a, die wichtigsten Charaktere waren dabei, sagen wir es mal so, ja, also die, die auch im Anime nicht unbedingt immer im Fokus stehen, außer sie haben so eine Sonderfolge, dann, die waren halt wahrscheinlich auch nicht dabei. Könnte Lore dadurch unerwartet Hilfe bekommen, dass Shanks Blackbeard aufgrund der Kobe-Entführung aufsucht, was wäre der Grund von Shanks einem Kapitän der Marine zu helfen? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, bei Marineford hat er ihm auch geholfen, andere Umstände, aber im Grunde hat Shanks und Kobe nicht so ein Verhältnis, dass er da auftauchen muss, immer wenn Kobe in Gefahr ist. Was würde das auch für seinen Status als Kaiser aussagen, wenn er für einen Marinekapitän durchs Feuer gehen würde und den Kampf gegen Blackbeard suchen würde? Also das würde wahrscheinlich nur so passieren, wenn er sowieso vorhatte, gegen Blackbeard zu kämpfen. Da passt das. So, ich denke, wir sind mit den Fragen so weit durch, macht euch keine Sorge, nächste Woche ist wieder ein Q&A und da werden weitere Fragen beantwortet werden. Wenn wir dann wieder einen allgemeinen Q&A haben, da könnt ihr dann auch Fragen zu Film Red stellen. Da werde ich auch auf diese Fragen eingehen, dann haben wir auch bestimmt genug Abstand vom Kino-Release und die meisten, die ihn sehen wollten, haben ihn dann gesehen und die anderen werden da nicht großartig gespoilert. Da passt das dann auch besser zusammen als bei der Nachbesprechung. Der nächste Q&A jetzt nächsten Montag, da werden wir uns dann mit dem aktuellen Geschehen in One Piece und Kapitel 1064 auseinandersetzen. In diesem Sinne, wenn es euch hier gefallen hat bei dem Q&A, Daumen nach oben da lassen, natürlich abonnieren, das würde mir sehr gut gefallen. Lasst uns die 15.000 Abonnenten in diesem Jahr noch knacken und wenn wir schon bei einer tollen Abonnentenzahl sind, werft doch gerne mal auch einen Blick auf meinen Zweitkanal. Ich würde da gerne nämlich auch noch die 1.000 Abos in diesem Jahr knacken und aktuell sieht es da ja gut aus. Viele fehlen ja gar nicht mehr. klappt noch so um die 170. Denke, das könnten wir vielleicht sogar noch bis Ende November schaffen, wenn wir uns alle anstrengen und wenn ihr vor allem Interesse habt an Anime und Manga und Chainsaw Man vor allem natürlich, der dort behandelt wird, dann werft definitiv mal einen Blick auf den Zweitkanal. Ist natürlich alles wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Folgt mir gerne auch auf Twitter, um weitere Updates von mir zu erfahren, was gucke ich gerade für Animes oder gehe ich live auf Twitch streamen oder so etwas oder hin und wieder gibt es da auch mal so eine Meldung zu One Piece. Aber natürlich keine Spoiler, denn die lese ich selber nicht, also kann ich sie auch nicht behandeln. Ganz einfache Sache, habe ich nicht so das große Interesse da, aber wenn ihr Bock auf Spoiler habt, hey, schaut euch mal auf YouTube um. Da gibt es sehr viele coole One Piece YouTuber, die regelmäßig Spoiler-Videos machen und dann abonniert ihr einfach einen von denen und guckt aber trotzdem meine Videos, würde ich mir trotzdem gut finden. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für eure alten ganzen Fragen, denn sonst würde das hier nicht funktionieren, für euer Einschalten und Zusehen, für euer Abo, falls ihr es da gelassen habt oder schon lange Abonnent seid, für ein Like, den ihr immer wieder auf meine Videos gebt, auch dafür muss man Danke gesagt werden an alle, die eine Mitgliedschaft hier auf meinem Kanal abgeschlossen haben und die mir schon auch seit Jahren treu sind. Vielen, vielen Dank dafür, bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt mir hoffentlich auch gewogen, definitiv aber One Piece, da gibt es nämlich nichts dran auszusetzen, in diesem Sinne, Adios.